Sie sind einfach da und lange gingen sie auch gar nicht weg. Die Rede ist von Standard-Apps von Apple und da hat sich ja tatsächlich auch über die Jahre einiges getan. Und es ist spannend zu sehen, was es denn da alles gibt, obwohl man ja meint, man wüsste das so aus dem Kopf. Aber vielleicht sind ja auch noch Wünsche offen. All das wollen wir jetzt diskutieren in Folge 68 des Mac and i Podcasts. Ja und damit herzlich willkommen. Hallo lieber Leo. Man könnte denken, sie sind einfach da, sie gehen nicht mehr weg. Das könnte auch eine Zuschrift über uns beide sein, oder? Hallo Malte, ja, das trifft es natürlich ganz gut, könnte man schon meinen. Aber für die Standard-Apps, die auf dem iPhone sind, trifft es natürlich auch sehr, sehr gut zu. Oh ja, oh ja, manche wird kontrovers diskutiert und ja, es haben sich da doch einige interessante Dinge getan, wie wir so in der Vorbereitung der Sendung festgestellt haben. Wir haben uns so gedacht, wir gehen heute mal die Standard-Apps so nach den vermeintlich wichtigsten durch, also zumindest denen, die Apple als besonders wichtig erachtet und entsprechend prominent platziert und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir wissen eigentlich jetzt schon, die Mission, da alle vollumfänglich zu besprechen, wird unlösbar sein. Aber vielleicht können wir das ja auch im Zug eines Cliffhenders uns noch ein bisschen vorbehalten. Ja, der Witz ist, dass ich vorhin nochmal überschlagen habe, wie viele Apps inzwischen eigentlich auf dem iPhone vorinstalliert sind. Und ich weiß nicht, ob du eine Ratezahl abgeben möchtest, weil ich war nämlich selbst relativ erstaunt, wie viele es am Schluss sind. Und ich meine, es variiert so ein bisschen, weil in den USA ist ja noch zum Beispiel Apple News mit dabei, was ja bei uns versteckt wird, je nach Region. Es gibt so ein paar Kandidaten, die irgendwie so hin und her wanken. Aber ich glaube, man kann sagen, also es sind definitiv über 40 Apps. Und das ist, finde ich, schon ziemlich erstaunlich. Also das ist, viele waren bei mir schon klar, aber die Zahl über 40, sagen wir mal plus minus 45, die hat mich dann doch erstaunt unterm Strich. Als du gerade gesagt hast, ich soll mal raten, habe ich schon so überlegt. Und ich wäre jetzt, ich bin ehrlich, ich wäre geneigt gewesen, 20 bis 25 zu sagen. Und habe aber trotzdem noch gedacht, vielleicht ist die Zahl etwas hochgegriffen. Ja, das wäre auch meine Bauchschätzung, wäre auch so in der 20, 20, unter 30 Region, glaube ich, gelegen. Also dass wir wirklich uns Richtung 50 bewegen, fand ich, finde ich auch irre. Also ich meine, da sind natürlich auch kleine Sachen dabei, über die wir jetzt heute nicht groß reden werden. Aber, und natürlich sind solche Sachen wie halt das Ganze, also Pages, Numbers und Keynote dabei, die ja natürlich ja früher mal eine Zeit lang nicht vorinstalliert waren. Und dann hat Apple irgendwann, wenn du ein Gerät neu kaufst, bekommst du die ja jetzt seit Jahren schon mit. Einfach kannst du natürlich alles wieder runterschmeißen. Aber das ist schon, also es sind einfach, es ist eine sehr, sehr breite Palette an Tools, die du da einfach als Teil deines iPhones und als Teil des Betriebssystems halt schon mal mitbekommst. Ja, ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, sie belassen das iPhone so im Originalzustand. Also die haben gar kein Bedürfnis, jetzt irgendwelche Apps zu laden und sind damit zufrieden. Und ich habe dann auch mal so drüber nachgedacht und ja, hat man denn dann alles, was man braucht? Aber es ist ja tatsächlich schon bestechend, wie umfangreich dieses iPhone halt ausgestattet ist, wenn du es so aus der Verpackung nimmst und einfach mal aufsetzt, ohne Backup jetzt. Ja, also ich glaube, man kann, kommt gut mit dem aus, was da mitgeliefert ist, wenn man nicht spezifische Anforderungen hat, die man dann durch ganz andere Apps erfüllen muss. Aber so die Standardpalette ist ja eigentlich schon erstaunlich weitreichend abgedeckt. Und wenn man so ein bisschen Geduld hat, dann kann es ja auch sein, dass selbst diese Apps, die man am Anfang vermisst, vielleicht früher oder später von Apple dann nachgeliefert werden. Denn ja, da sprechen wir auch noch drüber. Apple ist ja auch meisterhaft darin, mal zu gucken, was vielleicht neu in ihren kleinen Werkzeugkoffer aufgenommen werden kann. Ja, lass uns doch einfach mal loslegen. Jetzt haben wir lange um den heißen Brei gesprochen. Jetzt wird es konkret. Und wir starten jetzt im Dock unten. Diese ständige Ansicht, die einem ja auch auf jedem Homescreen erhalten bleibt. Man könnte sagen, da hat Apple ja das deponiert, was sie wirklich als Must-Have betrachten und was ja auch allgegenwärtig sein soll. Ja, und vor allem haben sie da vier Apps positioniert, die seit 2007 praktisch unverändert sind. Es gibt nur einen Kandidaten. Damals war noch Apple Mail mit drin und das ist dann inzwischen nach oben gewandert. Und später dann wurde dann durch die Nachrichten oder durch iMessage praktisch ersetzt. Das wird dann wahrscheinlich so 2011, 2012 plus minus gewesen sein. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, mit welcher iOS-Version da der Switch kam. Aber ansonsten haben wir vier Standard-Apps, die halt grundsätzlich im Dock sind. Und das ist halt natürlich die Telefon-App, die immer noch da ist. Es ist lustig, weil ich musste auch erstmal nachschauen, weil die ist bei mir nicht auf dem ersten Homescreen. Tatsächlich? Ja, ja. Also die findet bei mir praktisch nicht statt. Also es ist schon so, dass ich manchmal telefoniere, aber ich brauche diese App praktisch nicht aktiv. Das ist sehr interessant. Also für mich nochmal zu beobachten gewesen. Und ja, dann sind natürlich Safari ist halt immer noch klar zentral. Der Browser ist in der Jahr 2007 natürlich eine, wie soll man sagen, Enthüllung war oder also ein spektakulärer Schritt, was halt Smartphone-Browser anging zum damaligen Zeitpunkt. Und bis heute natürlich ein extrem wichtiges und jetzt inzwischen natürlich auch umso umstritteneres Element auf dem iPhone geworden ist. Der ist natürlich auch im Dock platziert. Dann eben, wie erwähnt, schon Nachrichten, iMessage natürlich, Kommunikationstool ist klar. Ja, und als letztes Musik. Auch das war natürlich seit Anbeginn im Dock. Damals natürlich noch mit dem iPod, wer sich da erinnern kann, mit so einem iPod-Icon, weil da waren wir natürlich noch in dieser iPod-Welt gefangen und aus der natürlich auch Steve Jobs damals das iPhone vorgestellt hat und als irgendwie als iPod-Musikplayer. Und damit war die Musik-App natürlich noch so im iPod-Design. Und inzwischen muss man natürlich sagen, ist die Musik-App schon sehr stark zu einem Vehikel für Apple Music geworden. Also leicht. Ja. Ganz leicht. Es drängt sich also ganz dezent auf, wenn man sie öffnet und kein Abo hat. Ja, ja, dann wird einem erst bewusst, genau, wenn man sich ohne Abo da mal einen anmeldet oder einen öffnet, dann wird man schockiert sein, wie viele Hinweise man auf Apple Music als Abo bekommt. Aber es ist interessant, weil du das gerade sagtest. Ich erinnere mich an die Erstvorstellung des iPhones durch Steve Jobs. Und das war ja gerade dieses Trio drei Geräte in eins, was er ja so in den Mittelpunkt gestellt hat. Also es ist ein Telefon, es ist ein Internet-Communication-Device und es ist ein iPod. Und das Witzige ist, diese DNA hat ja trotz aller Änderungen, die drumherum stattgefunden haben, im Dock wirklich Substanz. Und klar, die Mail-App ist rausgeflogen und ist durch iMessage ersetzt worden. Aber auch das ist ja immer noch unter dem Oberbegriff Internet-Communication zu fassen. Also witzigerweise ist Apple davon niemals abgerückt. Ja, also die Basispfeiler sind tatsächlich bis heute erhalten geblieben. Das ist recht beeindruckend eigentlich. Und die Telefon-App, die ja auf der einen Seite so banal ist und auf der anderen Seite natürlich auch so wichtig, weil sie so ein zentrales Element ist. Und weil ja praktisch auch das Adressbuch oder die Kontakte-App, also deren Funktionalität ist ja da zu einem großen Teil mit abgedeckt. Und zugleich ist es auch lustig bei der Telefon-App, dass sich da ja über Jahre auch gefühlt gar nichts getan hat. Und jetzt gerade mit iOS 17 ausgerechnet oder halt im letzten Herbst mit iOS 17 halt plötzlich Apple wieder eingefallen ist. Ach ja, diese Telefon-App, Leute telefonieren. Wir könnten ja mal wieder neue Sachen machen. Und dann haben sie die Kontaktposter integriert. Ich weiß nicht, wie sehr die bei dir so persönlich angekommen sind in deiner Umgebung. Siehst du, rufen dich Leute mit Kontaktpostern an? Nein, nein, also ich muss das so klar beantworten, weil die Kontaktposter sind tatsächlich unscheinbar geblieben in meinem Alltag. Also vielleicht das ein oder andere Mal habe ich jetzt einen Anrufer gehabt, der tatsächlich dann auch ein Kontaktposter hatte. Aber in der Mehrzahl der Fälle sehe ich immer noch diese Standardansicht, einfach dunkler, leicht transparenter Hintergrund, Name darüber und dann eben die Bedienfelder. Und das finde ich interessant, weil ich hätte persönlich eine Wette darauf abgeschlossen, dass das mehr verfängt. Also klar ist das jetzt so eine reine Apple-iPhone-Kiste und ist gerade in Deutschland ja auch schwierig mit dem relativ hohen Android-Anteil. Also da wirst du nicht so eine hohe Abdeckung haben, es sei denn, du hast nur iPhone-Freunde. Aber dass sich das auch unter denen so gar nicht so durchgesetzt hat, finde ich bemerkenswert. Ja, ich glaube, es ist zu versteckt. Also es kommt halt so ein Hinweis, glaube ich mal, ganz am Anfang, wenn man iOS 17 installiert hat. Aber ansonsten geht es dann ein bisschen unter. Ich meine, Leute, die das in iMessage natürlich schon angelegt haben, die haben dann vielleicht wenigstens so ein kleines Benutzer-Icon und zeigen halt ihren Namen für ihre Kontakte an. Das ist, glaube ich, relativ weit verbreitet inzwischen oder habe ich den Eindruck zumindest, dass das relativ angekommen ist. Aber dann diesen zweiten Schritt zu machen und so ein eigenes Poster-Bild in groß noch anzulegen und das halt alles einmal einzurichten, das weiß nicht, ob das ist einfach. Ich glaube, es ist echt zu versteckt und damit ist es bis jetzt ein bisschen untergegangen. Vielleicht pusht Apple es nochmal mehr, vielleicht geht es einfach auch bei Apple in Vergessenheit. Weiß ich nicht, wo sie da am Schluss mit hinwollen. Aber es ist wirklich interessant, also du hast recht, dass das immer noch so prominent platziert ist, weil es ja tatsächlich gerade bei der jüngeren Generation, die Apple sehr stark adressiert, ist das Telefon ja völlig unter ferner Liefen eben angeordnet. Die nutzen Messenger, die nutzen alles Mögliche, aber kein Telefon. Aber ich glaube, sie müssen einfach das Telefon so prominent halten, weil es eben das iPhone ist. Man stelle sich vor, Ei ohne Phone, das wäre ja irgendwie bizarr, wenn die Telefon-App dann, naja, ich denke mal, sie würden sie noch auf dem Springboard auf der ersten Seite platzieren. Aber ja, es geht eigentlich nicht, es muss präsent sein. Was ja ganz interessant ist, dass sie die Telefon-App so ein bisschen auch, weil man kann sie ja nicht wirklich ersetzen, weil es gibt halt nur eine Telefon-App und nur eine App, mit der du halt richtig klassisch telefonieren kannst. Aber natürlich ist halt eben diese Adressbuchverzahnung ist da und dann haben sie ja auch irgendwann angefangen, dass halt Voice-Over-IP-Apps sich da ja auch praktisch in die Anrufliste integrieren können. Also du siehst eben auch deine letzten Anrufe, die du von mir aus über WhatsApp erhalten hast oder über irgendeine andere Voice-Over-IP-fähige App, die das unterstützt. Und das ist natürlich, und halt auch, dass die Anrufe dann, also von WhatsApp-Anrufe halt eben auch in groß erscheinen, sodass du mehr oder weniger eine Telefon-Funktionalität halt für diese Art von Diensten auch hast. Und Apple natürlich selbst mit FaceTime ja auch so einen Dienst mitliefert und integriert hat. Also da ist natürlich schon auch ein bisschen mehr Flexibilität und ich glaube, deshalb ist die Telefon-App, da ist die halt einfach so da und ist jetzt so als Sammelwerk und bleibt uns so als Standard-Sammelwerk vorhanden. Und es ist natürlich die, praktisch die Anrufbeantworter-Funktion, die ja auch eine Urfunktion des iPhones war, die viele Leute, glaube ich, schätzen gerade Leute, die viele Anrufe erhalten und bei denen halt auch oft auf die Mailbox oder auf den Anrufbeantworter gequatscht wird am Schluss. Und die dann ja einfach mal so chronologisch oder halt nach Wahl einfach abhören kann, wie man möchte. Und da haben sie ja mit iOS 17 auch nochmal ein bisschen nachgebessert, dass die praktisch auch so die Mailbox, die ist ja jetzt bis zu einem gewissen Grad praktisch lokal auf dem iPhone auch vorhanden und nicht mehr so wie früher an den Mobilfunkanbieter geknüpft, sodass du dein Mobilfunkanbieter, der musste das lange unterstützen. In Deutschland, die Telekom hat das halt seit 2007 wahrscheinlich unterstützt oder seit Ewigkeiten, aber halt längst nicht die anderen großen. Das hat lange gedauert teilweise und auch wenn du bei irgendeinem Discounter oder so bist, hattest du, musstest du oft dieses klassische, ich ruf meine Mailbox an, musstest irgendeine Nummer anrufen, um halt deine Mailbox abzuhören. Und das ist natürlich unbequem und so ist es jetzt mit iOS 17. Wir haben ja diese, also da ist ja eine der Funktionsneuerungen, weil ja das praktisch Anrufe gleich live transkribiert werden auf dem Lockscreen, das passiert aber immer noch nur auf Englisch, das wird in Deutsch leider immer noch nicht unterstützt, auch mit iOS 17.4 leider noch nicht. Vielleicht kommt das mal irgendwann noch jetzt mit 17.5, 17.6, man sollte ja hoffen, dass das auch in Deutschland früher oder später landet. Aber das macht es trotzdem so, dass du dann den Anruf halt über teilweise, ich glaube, ich meine sogar auch in der Anrufliste jetzt teilweise schon den Hinweis auf den Mailbox Nachricht gesehen zu haben. Also da ist doch ein bisschen was passiert, muss man sagen, neuerdings. Also schön, dass da ein bisschen ja auch die Telefon-App weiterentwickelt wird. Aber es war ein ganz interessanter Move ja von Apple, dass sie ja seinerzeit mit dieser API-Call-Kit dann ja eben auch aus freien Stücken heraus, im Gegensatz zu mancher Öffnung der letzten Zeit, haben sie das ja tatsächlich eben aus freien Stücken gemacht, wobei man sagen muss, dass ja dieser Wunsch ja auch schon sehr stark an sie herangetragen wurde von Nutzern. Also wer zum Beispiel über WhatsApp telefoniert oder Skype war damals noch ein großes Thema, das hat die Leute immer genervt, dass dann Anrufbenachrichtigungen dann eben so als Push-Notifikationen kamen, also als wenn man eine SMS oder eine Messenger-App, in einer Messenger-App eine Nachricht bekommen hat. Und oftmals ging einem das dann auch, ja, verloren oder man übersah letztendlich Anrufe und das war halt sehr ärgerlich. Und dann haben sie eben gesagt, okay, Usability. Und man muss ja auch sagen, ja, so am Ende in dieser Dämmerungsphase der Telefonie war das ja vielleicht auch ein ganz schlauer Move, um dann eben dann diese Telefon-App an dieser prominenten Stelle dann auch noch weiterhin zu rechtfertigen. Ja, machen wir mal einen Strich unter die Telefon-App. Ich glaube, sie ist wichtig auf der einen Seite und sie ist furchtbar unwichtig auf der anderen Seite, weil ich meine, es ist halt eine Telefon-App, aber deshalb sei da, glaube ich, sei sie abgehakt. Über iMessage und Nachrichten brauchen wir gar nicht heute gar nicht groß sprechen, weil dem Thema haben wir uns ja gerade letztens erst in einer eigenen Sendung gewidmet und, glaube ich, da sehr klar gezeichnet, was jetzt mit iMessage los war und los sein wird in Zukunft, weil da ist doch einiges in Bewegung. Und für Apple, wie er die Positionierung im Dock zeigt, bleibt halt Nachrichten und damit SMS, iMessage, künftig irgendwie RCS auch noch, bleibt halt eine Kernfunktionalität natürlich von einem Smartphone, dass du da drüber auch kommunizierst. Und deshalb ist natürlich auch so umstritten, diese Interoperabilitätsfrage und iMessage nur zwischen Apple-Nutzern, weil es halt als Standard, als vorinstallierte App im Dock hat, die natürlich eine unglaubliche Macht, weil du holst halt die Leute automatisch erstmal zur Kommunikation da hinein. Und ja, deshalb wird wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen Kampf und Kritik wird es weiter um diese Standardpositionierung der Nachrichten-App wahrscheinlich geben, vermute ich, auch wenn es jetzt keine konkreten Entwicklungen gibt, was jetzt den Digital Markets Act angeht. Wobei umso bemerkenswerter ja, dass sich dann eben gerade jetzt in Deutschland oder Europa dann ja WhatsApp so stark durchsetzen konnte. Also trotz dieser von Apple ja sehr stark dominant besetzten Position. Das zeigt für mich so ein wenig, wie unzufrieden viele lange mit dieser App waren. Man muss ja sagen, sie hat ja, jetzt heute entspricht sie ja schon mehr den Erwartungen an einen zeitgemäßen Messenger, aber das war ja über Strecken. Wir haben es ja auch in der Sendung, die man gut nachhören kann, gesagt, dass das eben bis vor ein paar Jahren war, dass er eben nicht der Fall. Und da war das so ein merkwürdiges Relikt, was irgendwie mehr SMS als Messenger war. Und ja, vor dem Hintergrund, da sind halt, glaube ich, viele Marktanteile Apple verloren gegangen in der Zeit, die sie jetzt eben ja wieder im besten Falle zurückgewinnen, weil sie eben jetzt dann doch eben deutlich Hand anlegen an dieser App. Ja, also da ist ein Spannungsfeld auf jeden Fall da. Und ich glaube, zugleich ist es für Apple halt eine massiv wichtige und extrem viel genutzte App immer noch in iOS und auch aus der US-Perspektive vor allem, dass halt einfach Nutzer benutzen das als mitunter auch als ihr Hauptkommunikationstool durchaus, was vielleicht in Europa deutlich weniger der Fall ist. Aber deshalb bleibt, glaube ich, iMessage und diese Nachrichten-App bleibt sehr, sehr, sehr wichtig. Und da haben sie auch viele kleine Funktionen immer wieder reingebaut. Dasselbe gilt ja auch ein bisschen für Musik. Das ist ja auch eben in diesem, dadurch, dass es halt Apple-Music-Rahmen geworden ist, ist es ja auch in diesem Spannungsfeld, dass halt Spotify als der große Konkurrent da ist und andere Streaming-Dienste natürlich auch noch. Und das ist ja auch die Argumentation, hinter die sich Apple jetzt zurückgezogen hat in dem Kampf mit Spotify und EU und in diesem komischen Gemengelage, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, dass Spotify ja praktisch aus Apples Perspektive gerade wegen des iPhones so erfolgreich geworden ist. Oder sagen wir auch, man könnte auch sagen, trotz des iPhones und Apples Vorgaben so erfolgreich geworden ist. Aber auf jeden Fall, glaube ich, jeder ist sich einig, dass Spotify klarer Marktführer ist und dass Apple Music, wie auch immer man zählt, irgendwo hinter Spotify kommt. Apple positioniert sehr weit hinter Spotify, wo ich, glaube ich, nicht so ganz d'accord gehen würde. Aber sie haben ja Apple Music schon sehr stark etablieren können, weil du machst, du hast eben schon angesprochen, du machst die Musik-App auf. Und du kriegst halt auf der Stelle erst mal ein, hey, willst du nicht mal kostenlos Apple Music testen? Banner ist das Erste, was du praktisch siehst, wenn du diese App öffnest. Ja, es ist sehr dominant, diese Werbung, die da stattfindet. Ich würde so wettbewerbsrechtlich eigentlich von allen Sachen, die Apple vorgeworfen werden, würde ich sagen, ist das so der Punkt. Also vielleicht noch gefolgt von Apple TV Plus. Auch da, sage ich mal, mit der Positionierung in der TV-App, das ist auch, drängt sich auch sehr auf. Aber die Musik-App allen voran, was ja eben daran liegt, dass diese Musik-App ja auch eine ganz andere Historie hatte. Also dass sie eben für Apple ja noch so aus diesem iPod-Zeitalter herkam, dass damals die Erwartung war, dass ich meinen MP3-Player aufgeben kann und kann das dann auch in meinem Smartphone sozusagen vereinen. Das war ja eigentlich einer der großen Benefits eben des ersten iPhones und auch der ersten nachfolgenden Geräte. Aber dann kam ja plötzlich das Musik-Streaming, hat sich dann durchgesetzt an Apple vorbei und Apple hat dann darauf reagiert mit seinem eigenen Dienst. Und so ist das ja geworden. Also auf der einen Seite kann ich Apple gut verstehen, dass sie diesen Weg so gegangen sind. Sonst hätten wir heute an der Stelle eine wahrscheinlich für viele unbedeutende App, die sie gar nicht mehr nutzen, weil wer besitzt heute noch Musik, sage ich jetzt mal gästerisch, zumindest im größeren Stil. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt umso fragwürdiger halt, dass sie da eben auch sehr stark für sich werben. Und überhaupt, ich meine, diese Geschichte mit Apple verkauft irgendwas noch weiter in seinen eigenen Apps ist ja sowieso so eine Sache, die, naja, so ein leichtes Geschmäckchen auch hat. Ja, auf der anderen Seite ist es ja durchaus, um die andere Seite zu argumentieren, ist es ja durchaus legitim, dass sie als Anbieter halt ihre eigene, ihr eigenes Angebot, eben ihren eigenen Dienst halt da auch groß zeigen. Also ich meine sagen, Apple Music ist ein gutes Angebot, kannst du abonnieren, wenn du willst, musst es nicht unbedingt, du siehst halt andauernd irgendwelche Hinweise, wenn du es nicht abonnierst, aber du musst nicht unbedingt, du kannst auch noch ganz klassisch irgendwie ja Musik da schon, deine eigene lokal vorliegende Musik kriegst du ja irgendwie schon auch noch da rein. Es ist nur sehr mühselig alles geworden im Laufe der Zeit und natürlich diese alte Welt, in der man seine Musiksammlung mit iTunes verwaltet hat und das dann gesynkt hat, die ist ja noch im Unterbau vorhanden, aber sie ist natürlich, sieht natürlich inzwischen ganz anders. Und ich muss selbst sagen, dass ich auch persönlich also schon sehr lange keine Musik mehr lokal gesynkt habe. Es gibt aber sicher Leute, die das noch gern machen und ich glaube, die auch regelmäßig sehr verärgert sind, weil halt immer wieder irgendwas abgesägt wird an Funktionalität. Wir werden definitiv böse Zuschriften bekommen, angesichts meiner zynischen Aussage, wer hat denn heute noch eben Musik? Ich weiß, ich weiß, da draußen sind ganz viele, die das haben und das wertschätzen, ja. Ja, ja, da gibt es schon noch große Sammlungen natürlich, auch Altbestände an vielleicht auch alten MP3-Sammlungen, die halt einfach da sind von zigtausenden von Titeln, manchmal sehr liebevoll gepflegt. Und da sind Leute natürlich auch zu Recht dann frustriert, wenn dann halt Sachen wie Bewertungen und verschiedene Elemente, die man im Laufe der Jahre sich da halt bei der Pflege, also die Mühe, die man im Laufe der Jahre bei der Pflege dieser Bibliothek da reingesteckt hat, dass die so ein bisschen verloren gehen. Weil halt Apple irgendwie sagt, ach, Bewertung ist uns alles eigentlich egal und so und es wird nicht mehr richtig gezählt oder wie viel die Playcounts, die Wiedergabezählung und solche Sachen, die alle nicht mehr so nahtlos funktionieren, wie das mal einst gefühlt der Fall war, als mal so zu Hochzeiten des iPods, wo das alles halt so ein klares System, abgegrenztes System war, da hat es gut funktioniert. Oder zumindest, ja auch damals gab es schon, glaube ich, viele Klagen und Beschwerden, bei irgendjemand ist immer irgendwas schiefgelaufen. Aber es gefühlt, was damals besser funktioniert und jetzt ist es halt einfach so, dass es nur noch ein Nebengedanke ist und dass halt Streaming das komplett übernommen hat, unterm Strich. Ja, es gab ja ganz interessante Entwicklungen auch in dem Bereich, ne? Zum Beispiel diese Funktion, diesen Abo-Dienst, den du haben konntest, dass du irgendwie Musik, die du gerippt hast, dann irgendwie legalisiert hast, ne? Wie hieß denn das noch? Ja, es gibt noch, der ist ja auch noch vorhanden, iTunes Match. Das ist ja auch noch so. iTunes Match, genau. Das ist so als komischer Nebendienst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man den wirklich noch buchen kann, aber ich glaube, wer den mal gebucht hat und nicht gekündigt hat, kann den immer noch benutzen. Ansonsten ist der ja auch so halbwegs Teil von Apple Music, also dass du da auch deine bestehende lokale Bibliothek auch synchronisieren kannst zwischen Geräten. Aber auch da läuft viel schief. Also da sind ja manchmal kriegst du dann eine andere Fassung als die, die du lokal hattest, liefert dir halt der Server eine andere Fassung des Liedes zurück. Und das ist halt alles so richtig rund ist das alles nicht mehr. Das Beste ist einfach zu streamen und sich nicht drum zu scheren, weil sonst kriegt man wirklich, glaube ich, graue Haare. Ja, bei einer App bist du jetzt im Dock relativ schnell hinweggegangen und da muss ich jetzt die Hand aufs Herz Frage stellen. Ist denn da die Original App bei dir vorzufinden oder ist da gar ein bunter Ball stattdessen funktioniert? Nein, ich bin sehr beharrlicher Safari Nutzer, ist tatsächlich bei mir auch wirklich eine der wenigen, ist die einzige bei mir, die einzige von Apples Standard Apps, die im Dock verblieben ist, weil Safari natürlich eine zentrale Rolle spielt. Und weil ich es auch als Browser, also ich benutze auch auf dem Mac gern Safari als eigentlich meinen Hauptbrowser und benutze den auch auf dem iPhone gern. Hab dann natürlich auch die Sachen, die halt synchronisiert werden, wie halt die offenen Tabs und die Lesezeichen, wann benutzt man die schon noch? Aber zumindest die offenen Tabs und so das, was man aktuell halt macht und den Verlauf, solche Sachen, das ist natürlich schön, wenn du das auf allen Geräten synchron hast. Und ich hatte da im Laufe der Zeit auch immer mal wieder Probleme mit Apples Sync-Dienst, aber das hat sich dann zum Glück meistens irgendwie wieder zurechtgeruckelt, dass dann am Schluss die Sachen wieder auf allen Geräten wirklich sinnvoll in einem Zustand waren. Und insgesamt finde ich Safari immer noch einen hervorragenden Browser auf dem iPhone. Wir können jetzt sehr gespannt darauf warten, ob halt die Öffnung für andere Browser-Engines halt wirklich Leben da reinbringt. Und sei es positiv oder negativ, also zumindest eine neue Browser-Welt eröffnet, die halt anders ist als das, was wir in den letzten 15 Jahren einfach auf dem iPhone hatten. Ob das jetzt so spektakulär irgendwie, also ich meine, ich nutze wie gesagt auch auf dem Mac hauptsächlich Safari und benutze zwar da auch Chrome, weil man für manche Sachen halt Chrome braucht, aber da ist es irgendwie eine andere Diskussion, zu der man da kommt. Also das ist ja dann auch eine Geschichte, dass du für bestimmte Seiten unter Umständen Chrome letztlich dann brauchst, weil die halt nur perfekt irgendwie Chrome unterstützen. Da stolpert man ja immer wieder drüber. Aber das kann ich Safari nicht vorwerfen. Ich glaube ja, ich glaube ja, der Zug ist abgefahren. Also diese Browser-Eröffnung kommt zehn Jahre zu spät. Vor zehn Jahren war das, glaube ich, echt noch so ein Faktor, da gerade auf dem Mac hat es ja viele gegeben, die dann doch zu Chrome gegangen sind, weil einfach die Performance besser war vom Google-Browser. Und Safari ja lange Zeit damit zu kämpfen hatte, dass es doch spürbar längere Ladezeiten hatte und auch generell, also dass das Support für Chrome natürlich bei einigen Websites eben besser war. Und das hast du eben gemerkt. Das hat sich alles so ein bisschen aufgelöst. Safari hat ja nun auch mit WebKit, also WebKit besser gesagt, wurde verbessert und Safari wurde verbessert. Die Performance ist deutlich besser geworden. Witzigerweise, ich habe auf dem Mac das eher gespürt, dass der nicht ganz so schnell ist als auf dem iPhone. Deshalb lebe ich auch in so einem Doppelleben, was total blöd ist in Sachen Sync. Ich nutze nämlich vornehmlich Chrome auf dem Mac und nutze ausschließlich Safari auf dem iPhone. Das heißt, diese ganzen Vorzüge, die du gerade aufgezählt hast, von denen profitiere ich dann nicht. Aber mittlerweile würde ich wahrscheinlich sogar auf dem Mac bei Safari bleiben, wenn ich mich jetzt nicht so daran gewöhnt hätte und da jetzt die ganzen Bookmarks und alles angelegt sind. Also das ist schon sehr bemerkenswert, wie der Safari-Browser sich über die Jahre wieder weiterentwickelt wurde und wie Apple den auch wieder, ich möchte fast behaupten, gleichgezogen hat mit Chrome. Und mir ist nicht so ganz klar, jetzt auch mit der Browser-Eröffnung, mit den Browser-Engines, wie da die alternativen Browser-Hersteller, womit die eigentlich werben wollen. Also wo die sagen, dass von der Engine, sie konnten ja jetzt schon einen Browser anbieten, also Sync-Funktion zum Beispiel, der Bookmarks, das konnten sie alles ja schon machen. Aber jetzt geht der Wettbewerb ja eben an die Engines. Aber wo ist denn da noch der Benefit? Also wo kann man da noch was rausholen? Ja, es ist vor allem wahrscheinlich sehr schwierig, diesen Vorteil dann zu bewerben, weil der wird sehr spezifisch sein und wahrscheinlich eher Web-Entwickler interessieren, was dann im Detail vielleicht eine Engine unterstützt und die andere Engine nicht und welchen Vorteil hat und welchen Nachteil. Und wahrscheinlich wird es halt auch darauf hinauslaufen, dass vielleicht halt einzelne Apps dann auch auf dem iPhone halt sagen, also Web-Apps auf dem iPhone sagen oder Webseiten, Web-Dienste auf dem iPhone sagen, ja dann benutzt bitte hier auch Chrome, um vollen Umfang nutzen zu können, so wie wir es auf dem Desktop ja auch durchaus kennen. Also das muss auch alles nicht unbedingt nur positive Auswirkungen haben. Das kann halt auch Sachen mit einherbringen, wo man ins Stolpern vielleicht gerät. Aber Safari, du hast es schon gesagt, also Safari hat in den letzten Jahren deutlich Tempo zugelegt und Funktionen nachgereicht, die gefehlt haben. Und ich denke auch, dass jetzt so 2024 oder mit iOS 17 der Browser, also Apples Browser in einem sehr guten Zustand ist insgesamt, was die Funktionalität und Geschwindigkeit angeht und Effizienz insgesamt. Und ich hoffe, dass Apple da jetzt auch natürlich gezwungen ist, praktisch am Ball zu bleiben. Und dadurch, das ist ja eigentlich das, was ich mir durch die Öffnung erhoffe, dass die einfach Apple noch mehr motiviert, was eben man schon davor jetzt gesehen hat, wo sie wussten, die Öffnung kommt, da nachzusteuern und nachzubessern und mehr Geld und Entwicklung und Zeit und Manpower oder Frauenpower halt reinzustecken in die Weiterentwicklung dieses Tool, dieses so wichtigen Tools. Und halt auch Funktionen, so Basisfunktionen, die du in anderen Browsern schon teilweise so lange hast, wie halt, dass du zwischen verschiedenen Profilen irgendwie privates surfen, Arbeitssurfen und daran geknüpfte Sachen, das sind halt, die sind halt jetzt erst in Safari gekommen. Da sagst du, okay, eigentlich ist das in Browsern doch schon eine Funktionalität, die man jetzt eigentlich schon länger erwartet hätte. Und ich bin ja froh, dass sie da ist, aber das sind Sachen, die ich mir auch schon vor ein paar Jahren gewünscht hätte. Das Interessante ist, dass Apple da ja anders als die anderen Browserhersteller einfach seine Standardschlagzahl bei Updates hat. Also wenn du eben bei Chrome ja permanente Updates hast und ich könnte dir gar nicht sagen, in welcher Chrome-Version 986.3 jetzt Feature XY gekommen ist. Also manchmal kriege ich da ein Splash-Screen, wo mir gesagt wird, hey, das sind neue Funktionen und ich wusste, ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche Version das war. Bei Apple weiß ich das. Bei Apple weiß ich das, weil sie tatsächlich ja eben die großen Veränderungen immer noch so im jährlichen Modus machen, was aber natürlich so völlig aus dem Kontext gerissen ist der sonstigen Browser-Entwicklung. Und ich glaube, das war halt auch lange so ein Punkt. Also jetzt mittlerweile habe ich den Eindruck, dass sie sich auch mit diesem Modus so eingegroovt haben und ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Browser ziemlich ausentwickelt sind. Also dass da eben, es gibt immer wieder schöne Features, wo du sagst, nützlich, also dass du irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Tabs gruppieren kannst, dass du diese Gruppierungen dann synchronisieren kannst. Das erfreut. Da kannst du tolle Sachen mitmachen. Aber so diese, diese ganz großen Sprünge, wie bei der Hardware, siehst du eben momentan, da finde ich nicht mehr. Und das, das macht es für Apple-Flare ein bisschen entspannter. Ja, es kann halt sein, dass wir einen großen Schub jetzt nochmal durch KI-Funktionen, glaube ich, im Browsermarkt sehen werden, weil da ist sicher viel Potenzial da. Ansonsten würde ich völlig unterstreichen, dass Browser eigentlich ausentwickelt sind. Aber dieser, dieser Umbruch, der jetzt insgesamt im Web stattfindet und der sich ja in den Browsern immer wieder spiegelt, ich glaube, der wird dann halt auch ziemlich schnell plötzlich über alle Browser hinweg kippen und alle Browser-Hersteller dazu hoffentlich motivieren, da sehr schnell auch eigene sinnvolle Funktionen zu integrieren. Wir haben ja bei Arc, diesem kleinen Browser gesehen, die haben sich da relativ konsequent schon drauf gestürzt. Das sind halt so kleine Funktionen, manche sind mehr nützlich, manche sind weniger nützlich. Aber dass du dir auch, also ich meine, dass du dir deine Sachen halt irgendwie Tabs sinnvoll umbenennen kannst, dass du dir halt gleich die Seite oder dass du dir schnell eine Zusammenfassung von einem Webseiteninhalt liefern lassen kannst. Ich glaube, da lässt sich mit KI, lassen sich da schon noch nette Sachen im Browser-Bereich machen. Also wir werden vielleicht mit iOS 18 dann jetzt sehen, insgesamt ja, wo Apples Reise dahin geht und vielleicht auch, was Safari-spezifisch angeht, was sie da vielleicht vorhaben mit Browser-KI. Und man darf natürlich aber jetzt mit Blick auf die alternativen Browser-Engines nicht vergessen, das Ganze ist halt nur in der EU. Und das macht es natürlich dann auch nochmal ein bisschen schwieriger für die Hersteller, für die Entwickler von alternativen Browsern, da jetzt ganz viel Energie reinzulegen, weil sie am Ende ja zwar ein großes Publikum erreichen, aber im globalen Kontext ja eben dann doch eben sehr viele eben noch nach wie vor nicht erreichen. Die nächste App, wenn ich da mal überleiten darf, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Sie ist sehr umstritten, also ich weiß, es gibt da sehr kontroverse Meinungen drüber, aber sie ist auch ein Must-Have der ersten Stunde und tatsächlich, ihre Historie reicht sogar zurück bis zu macOS 10 Jaguar im Jahre 2002. Die Rede ist von der Wetter-App. Wie hältst du es denn mit der Wetter-App, Leo? Ja, ich benutze auch andere Wetter-Apps als Apples eigene Wetter-App, aber ich benutze schon auch Apples Wetter-App, weil sie haben sie ja wirklich massiv ausgebaut, muss man sagen. Und halt auch dadurch, dass ja diese vor allem in den USA bekannte Firma Dark Sky unternommen haben, auch übernommen haben, auch den Unterbau, sprich die Wetterdaten praktisch unter die eigene Kontrolle gebracht, wenn man so will, oder betreiben einen eigenen Wetterdienst. Und das heißt also, Wetter-Apps sind ja immer mehr als nur die Benutzeroberfläche. Die ist natürlich ein wichtiges Element. Wie visualisierst du dieses Wettergeschehen und vielleicht die Hinweise und Sachen, die halt um Wetter drum herum gebaut sind. Aber jetzt haben sie halt mit ihrer eigenen Wetter-App eben und dem eigenen Dienst ein interessantes Gespann auf jeden Fall mit sehr viel Tiefe, wo man da sich durch die Zahlen stochern kann und auch schauen kann, ist es irgendwie warm im Vergleich zu den letzten 40 Jahren? Wie warm ist es, wie zu warm ist es im Vergleich zu den letzten 40 Jahren? Oder auch halt Regenfall in den letzten 30 Tagen und dann natürlich Wind- und Luftqualität und ganz viele verschiedene Elemente, die ja inzwischen eigentlich auch ein wichtiger Teil sind von Wetter-Apps. Plus halt natürlich den Basis-Informationen einfach, dass du sehen kannst, wie sieht es halt die nächsten paar Stunden aus oder auch die nächsten 10. Ich glaube, geht es 10 Tage in die Zukunft, 10, über 10 Tage. Es ist relativ weit in die Zukunft inzwischen mit zumindest so. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland schwanken Apples. Also es gibt so Orte, je nachdem, wo man sich in Deutschland bewegt, habe ich immer das Gefühl, dass es nicht so 100 Prozent, da greift man doch manchmal, glaube ich, zu anderen Wetter-Apps lieber, wo man weiß, dass die irgendwie vor Ort zuverlässiger sind. Und ich finde, also ich zum Beispiel für solche Geschichten wie halt so Regenwolken oder so Wolkenbänder, nehme ich halt eigentlich auch immer diese klassische App vom Deutschen Wetterdienst, die halt ja auch für iOS da ist, obwohl sowas ja in der Wetter-App inzwischen auch drin ist. Du kannst ja da durch die Satellitenansicht durchschalten und dir praktisch diese verschiedenen Ansichten, auch Windgeschwindigkeit haben sie ja inzwischen drin, lauter Sachen. Also Warnwetter-App meinte ich übrigens vom DVD, das ist der Klassiker halt, womit halt ja auch, genau, Warnungen ist eben auch ein Punkt, den Apple ja auch interessiert hat. Ein Wunderpunkt, ein Wunderpunkt. Ja, das Problem ist, dass Apple irgendwie noch nicht den Dreh rausbekommen hat, weil der Witz ist ja, dass sie die Warnungen auch vom Deutschen Wetterdienst übernehmen. Also das sind eigentlich dieselben Warnungen, die die DVD oder die Warnwetter-App auch zeigt, aber Apple hat deren Signifikanz anders eingestuft. Also Warnungen, vielleicht ist bei dir im hohen Norden, das ist vielleicht dann nochmal anders, aber auch, ich kenne das hier schon auch, dass du halt wirklich, da kommen so, sagen wir mal, sanfte Wetterereignisse und du kriegst halt die wildesten Gefahr für Leib und Leben. Alarmstufe rot. Und dann nehmen sie dringend Gegenmaßnahmen und dann kommt irgendwie so ein bisschen Regen durch, ja. Ist das bei dir wahrscheinlich auch so? Oder du hast wahrscheinlich immer Sturmflutwarnungen oder sowas, stelle ich mir vor. Ja, und vor allem natürlich Gefahr für Leib und Leben generell durch Sturm. Also ich muss schon 30 Mal tot sein, wenn es nach Apples Wetter-App geht. Verheerende Wetterereignisse. Also ich merke mittlerweile, seitdem sie es eingeführt haben, es hat sich ein bisschen eingepegelt. Am Anfang war es wirklich so, da war es hier oben im Norden inflationär. Also es verging kaum ein Tag, wo man nicht wirklich dann dicht geballert wurde mit Warnungen und das irgendwann auch gar nicht mehr ernst nahm, weil man das einfach auf die leichte Schulter genommen hat. Und das ist ja eigentlich gerade eben nicht das, was damit ausgelöst werden soll. Was das Akkurate angeht, muss ich auch sagen, unterschiedlicher Natur. Also ich habe jetzt auch festgestellt, dass so beim richtigen Orkan dann eher tief gestapelt wird. Also das ist immer noch so ein bisschen im Werden. Und ich muss ja sagen, ich begleite diese Wetter-App durchaus kritisch. Also ich sehe schon hier und da eben auch noch Verbesserungsbedarf. Aber gerade so das UI gefällt mir eigentlich von allen Wetter-Apps am besten. Und deshalb ist für mich die Wetter-App da trotz eben manchmal einer gewissen Unschärfe bei den Vorhersagen. Und obwohl ich weiß, mir sagen immer wieder Leute, die führen da sogar fast richtig Buch drüber und weisen mir nach, das ist an der und der Stelle akkurater und besser. Aber die grundsätzliche Tendenz stimmt häufig und eben es kommt ansprechend daher. Und ich merke auch diesen Ansatz, dass es im System verankert ist. Also da ist es wirklich, für mich ist das auch eine echte Standard-App. Ja, ist schwer wegzudenken. Also auch wenn man, glaube ich, viele oder ein Großteil wahrscheinlich der iPhone-Nutzer mindestens noch ein, zwei andere Wetter-Apps installiert haben. Sei es irgendwas Regionales oder weil sie halt irgendwie bestimmt auch für Reisen oder sowas an anderen Ländern oder eben die Warnwetter-Apps, so Klassiker für bestimmte Länder halt einfach von einer offiziellen Stelle, wenn du so willst. Also das ist ergänzter, glaube ich, natürlich das Ganze oder beliebt ist ja auch, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, diese, sagen wir, etwas, die etwas satirisch überzeichnete, die einen dann manchmal so beschimpft. Ach, Karate Reiser. Ja, genau. Die halt praktisch schon so, sagen wir mal, sehr lustige Formen. Man kann ja einstellen, wie man sie haben möchte, wie man den Witzfaktor praktisch haben möchte. Ob die sich irgendwie ganz vorsichtig formulieren soll oder den Nutzer andauernd beschimpft. Also es gibt sehr viele unterhaltsame Variationen von Wetter-Apps und es gibt natürlich, glaube ich, auch andere Wetter-Apps, die sehr stark natürlich über Widgets vor allem punkten, weil du vielleicht irgendeine Art von Visualisierung in einem Widget hast. Zum Beispiel Mercury ist so ein Kandidat. Da kannst du dir halt auch so eine schöne, praktisch so eine Wetterleiste darstellen, die dir sehr gut zeigt, wärmer, kälter, wie sich das entwickelt, so in der Wochenübersicht oder auch in der Stundenübersicht. Also da kann man viel experimentieren, was dann vielleicht, also Apple Wetter hat auch ganz nette Widgets, aber da geht es auch irgendwie an so eine Grenze, wo du sagst, ein bisschen mehr wäre auch schön irgendwie noch. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ich finde, Apples Wetter-App kam ja in einer Zeit, als es noch gar keine Widgets gab. Und da war es eigentlich Standard, dass du eine App hattest, um auch nur so eine Information anzugucken. Das ist ja eigentlich eine App, mit der du sehr lange und eigentlich bis heute größtenteils nicht groß interagierst, sondern du rufst sie auf und du guckst dir die Seite an und dann gehst du wieder raus. Und die Widgets haben natürlich da auch ein Stück weit die Grundlage entzogen, dass du überhaupt dann in eine App gehen musst. Und da finde ich auch, dass Apple da kurioserweise gar nicht mal so kreativ unterwegs ist, was ihre Wetterinformationen angeht, obwohl sie ja wirklich an der Quelle sitzen. Ich meine, sie haben die Widgets eingeführt. Das finde ich erstaunlich. Da sehe ich auch noch in der Tat auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Verlassen wir mal das Wetter und kommen vom Wetter. Was kommt nach dem Wetter? Kommt FaceTime nach dem Wetter? FaceTime brauchen wir, glaube ich. Auf FaceTime brauchen wir gar nicht groß einzugehen. Es ist natürlich, seit es FaceTime gibt, ist es halt einfach eine App, die da irgendwie mit dabei ist. Und ich würde, glaube ich, ich nutze sie manchmal, aber es ist auch nicht so meine Haupt-App. Also es ist halt einfach, es ist nett, dass auch, da hatten wir eben schon gesagt, natürlich Teile sind ja in die Telefon-App integriert, weil man damit halt einfach über eine Datenverbindung natürlich auch praktisch ja Audio-Calls machen kann. Und ich muss ja nicht unbedingt Video-Calls sein. Und natürlich sind irgendwie FaceTime mit anderen Sachen wie Shareplay, also dass man gemeinsam irgendwas anschaut oder sowas. Da sind natürlich Sachen verknüpft im System. Und es hat lustigerweise, glaube ich, jetzt bis iOS 17.4 tatsächlich gebraucht, wo wir wieder bei dieser Frage der Standard-Apps, kann man die eigentlich richtig löschen und so weiter, bis iOS 17.4 gebraucht, dass man FaceTime wirklich so löschen kann, dass man auch wirklich dann keine FaceTime-Anrufe mehr erhält. Also das war vorher mal, du konntest die App irgendwie runterschmeißen, aber das Betriebssystem ist immer noch davon ausgegangen, ach, der hat ja irgendwie FaceTime installiert. Und das war eine ganz komische Kiste. Und das haben sie jetzt erst gelöst. Also das scheint alles nicht so einfach zu sein bei Sachen, die eben doch tief ins Betriebssystem integriert sind. Das darf man nie vergessen. Das ist ja nicht einfach nur eine App, die du dann vom Homescreen schmeißt, sondern das sind halt Sachen, Systemdienste und Prozesse, die da im Hintergrund laufen, die dann einfach da sind und Teil des Betriebssystems sehen. Also gewisse Komplexität ist da schon dabei in dieser Anforderung, bitte lieber Hersteller, lass halt dein Zeug auch löschen. Also ich sage mal ganz ketzerisch, die FaceTime-App dürfte für mich als eigenständige App verschwinden, ohne die Funktionalität einzubüßen. Sondern ich glaube einfach, dass die FaceTime-App, die ist ja eh ins System verschränkt. Also sie ist ja eh da im System und du hast diese Bezüge, dass du aus der Kontakt-App zum Beispiel eben einen FaceTime-Call aufrufen kannst oder aus der Telefon-App ja auch heraus oder iMessage. Also die Frage ist ja, ich persönlich gehe nie über die FaceTime-App, wenn ich mit jemandem mal FaceTime mache. Und ich bräuchte im Prinzip diese App nicht. Und ich glaube, keiner braucht sie mehr wirklich. Sie ist natürlich da, weil Apple dieses Zeichen da setzen will. Also es ist eine reine Marketing-Geschichte, dass es diese App noch gibt. Aber sie ist eigentlich wunderbar ins System integriert und da ist sie gut aufgehoben. Und am Ende muss ich sagen, hätte Apple tatsächlich das eingelöst, dieses Versprechen von damals oder dieser Aussage, dass sie dann eben diese App auch öffnen wollen, dann wäre vielleicht der Fall ein bisschen anders gelagert. Aber da das ja letzten Endes jetzt da eben eine Apple-Domäne geblieben ist, ja, braucht es das eigentlich nicht. Ja, dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Gespann. Das eine aus der Kombination der Kamera-App natürlich mit der Fotos-App. Eins geht nicht so richtig. Also natürlich geht eins auch ohne das andere, aber sie hängen natürlich sehr stark zusammen. Und je mehr die iPhones ja inzwischen zu Fotoapparaten geworden sind, umso mehr und umso wichtiger sind natürlich auch diese beiden Apps geworden, glaube ich, im Laufe der Zeit. Wobei ja die Kamera-App selbst faszinierenderweise wirklich seit dem iPhone 1 bis heute, so zumindest in ihrer Grundfunktionalität, mehr oder weniger identisch aussieht. Ich meine, das Design hat sich natürlich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, aber das ist und auch andere Hersteller haben ja auch angefangen, Apples Kamera-App einfach nachzubauen von der Art her, wie sie also einfach von der Bedienoberfläche, dass also da hat Apple, da haben sie von, also wer auch immer die am Anfang geschrieben hat, entwickelt hat bei Apple, der hat sehr richtig gelegen mit seinem Basis-System. Und inzwischen mussten sie natürlich jetzt unglaublich viel Funktionalität verstecken und reinbringen und an verschiedene Stellen einbauen, dass du natürlich doch irgendwie, ja, jetzt hast du den Nachtmodus, hast du natürlich mit drin und du hast Live-Fotos, die du an- und abschalten kannst. Und bei den neuen iPhones kannst du halt immer noch die Auflösung halt hochschrauben oder nimmst du halt wirklich den 48-Megapixel-Sensor oder nimmst du halt irgendwie ein runtergebrochenes Bild. Das kannst du ja alles zuschalten. Bei den Pro-iPhones kannst du natürlich immer noch Pro-Raw zuschalten und wegschalten und hast natürlich auch die ganze Video-Funktionalität drin und da auch eine ganze Menge an Formaten, durch die man sich bewegen kann. Und was man halt oft dann am Schluss doch in den Einstellungen, das ist immer so ein, also Apple will diese App einfach halten, schafft es aber nicht so richtig, weil sie halt zu viel können muss. Und dann muss man halt oft in die Einstellungen wechseln. Das ist so ein bisschen der Spannungsbogen. Ich weiß nicht, gehörst du zu den Leuten, die die Kamera-App auch einfach benutzen zum Fotografieren oder bist du in der hohen Fotografenschule und benutzt eine richtige Foto-App, die noch mehr kann. Ich finde das Bedienkonzept von der Kamera-App genial, weil einfach dieses Sich-Zurücknehmen der Software, also im Grunde genommen, die Software ist ja so dezent, sie fällt ja fast kaum auf. Natürlich jetzt mittlerweile hast du immer mehr Schalter, aber die Idee, ich nehme einfach den Bildschirm und mache den zum gigantischen Sucher und belämmere jetzt den Nutzer auch nicht damit, dass ich jetzt irgendwelche übermäßig viele Kontrollen da jetzt reinmache. Das Konzept ist genial und holt natürlich vor allem eben all jene ab, die gerade Angst haben vor vielen Schaltern und für die Fotografie ein Graus war, weil sie immer dann diese merkwürdigen Belichtungszeiten gesehen haben und Blenden, von denen sie nicht wussten, was sie bedeuten, was sollen diese Zahlen und all diese Sachen. Und für die ist Fotografie dadurch ja eben wirklich barrierearm nutzbar geworden. Und ja, in der Tat, du hast es ja zu Recht gesagt, über die Jahre ist halt eine ganze Menge dazugekommen, weil einfach selbst für den Standardnutzer ja viele neue Erwartungen einfach dazugekommen sind an Kamera-Apps. Und die Frage, die sich Apple auch gestellt hat, war sicherlich, wie vereinen wir diesen einfachen Ansatz mit diesem größeren Werkzeugkasten? Und ja, das Ergebnis ist so semi-befriedigend. Das ist tatsächlich gerade diese Kiste, dass so die Einstellung-App ist ja eigentlich der krasse Gegensatz. Du hast ein ganz schlichtes Interface, aber einen unglaublich komplizierten Weg, um an bestimmte Einstellungen ranzukommen. Also, dass es da nicht mal einen Shortcut gibt innerhalb der App, dass du so einen, was weiß ich, so einen Schraubenschlüssel hast und kommst direkt in die Einstellung. Das wäre, aus meiner Sicht, wäre es die naheliegendste User Experience Entscheidung, zu sagen, komm, wir müssen halt vieles über die Einstellung regeln, aber wir müssen halt einen Schalter dorthin bieten. Das ist das, ja. Aber wie gesagt, also grundsätzlich bin ich nach vorbegeistert. Ja, also ich kann da schon mal darauf verweisen und auch empfehlen, wir haben im nächsten Heft, in der Mac and i224 haben wir einen Artikel, der auch spezifisch auf das Thema nochmal eingeht, wo jetzt gerade, wo wir über die Kamera sprechen, und über diese verschiedenen Einstellungen, gerade auch aus der Richtung, was jetzt mit dem iPhone 15 Pro zum Beispiel noch an Funktionalitäten, dass du zwischen den verschiedenen Objektiven, in Anführungszeichen, hin- und herschauen, oder zwischen den Brennweiten, sollte man besser sagen, die Apple halt so als einzelne Stufen dann noch integriert hat, in diese so Zwischensum-Stufen praktisch. Da ist man ja jetzt bei den Pro iPhones wirklich sehr flexibel geworden und auch mit der Formatwahl, was man dann jeweils, wann man welches Format für welches Foto halt wählen will. Also da haben wir einen Artikel im nächsten Heft, das erscheint am 5. April müsste es erscheinen, also ist relativ bald dann bald im Handel und Abonnenten können den Artikel sicher auch auf heiseplus dann lesen, noch ist er nicht verfügbar. Aber da kann man sicher, ist es, glaube ich, kann man tiefer einsteigen, wenn man möchte, weil das ist einfach wirklich, da ist wirklich ein Berg an Zeug zu entdecken und umzustellen. Also ja, das ist eben die Kamera-App auf der einen Seite und dann natürlich die Fotos-App auf der anderen Seite, weil irgendwo müssen diese Fotos ja landen und wir alle machen, glaube ich, tendenziell mehr Fotos, als wir vielleicht früher gemacht haben, sollte man meinen. Oder vielleicht zumindest ist im Laufe der Jahre fallen viele Fotos an. Und Apple hat ja vor ein paar Jahren, das ist inzwischen, ich weiß nicht mehr, mit Alvers 15 kann es gewesen sein oder Alvers 14, Alvers 15, haben sie diese Fotos-App ja nochmal so richtig auf neue Beine gestellt und dieses Konzept entwickelt und bis heute auch konsequent durchgefahren, dass die Fotos-App eben dir selbst Fotos zusammenstellt, Rückblicke zusammenstellt und tolle Fotos oder heute vor sieben Jahren und so Rückblickreihen für dich macht. Also ganz viele nette Elemente. Und ich merke, dass ich regelmäßig mich auch in dieser Fotos-App verlieren kann, weil ich meine, dann hast du halt irgendwelche alten Kinderfotos und es kommen halt irgendwelche damals am Berg See Bilder und irgendwelche netten Galerien, die halt zusammengestellt sind und die immer ziemlich gut zusammengestellt sind. Also das greift sich da auch Bilder raus, wo ich sagen würde, das sind Bilder, die man vielleicht selbst auch ausgewählt hätte, wenn man jetzt nochmal diesen ganzen Berg an Fotos von Hand durchgraben würde. Dass das wie deine Erfahrung ja mit diesen Erinnerungen ist. Das unterstreiche ich völlig. Und für Apple ist es ja auch mal so der Showcase, wenn sie so angehauen werden im Sinne von, ihr habt gar keine künstliche Intelligenz, dass sie sagen, ja, da war eine Fotos-App, da steckt sie drin. Und in der Tat, man kann es wirklich sehen. Also der lange Arm der Fotos-App ist ja auch dieses Widget, was du dir auf den Homescreen packen kannst, was ja auch mit einer bemerkenswerten Trefferquote Bilder aussucht, die dir wirklich was bedeuten und die dich auch wirklich inspirieren, dass du auch hin und wieder drauf tippst und sagst, okay, jetzt gucke ich nochmal in die Fotos-App und schaue mir diese Bilder nochmal an. Und dann ist das ja oft auch verknüpft dann gleich mit einem kleinen Filmchen, dass du dann eben noch ein Potpourri an anderen Bildern, die so in dem Kontext passen, siehst. Also das ist wirklich sehr genial. Interessant finde ich an der Fotos-App, es gab ja mal so einen relativ brutalen Neustart, der vor allem den Mac betraf. Auf dem Mac hatten wir früher iPhoto und dann gab es ja diesen sehr unpopulären Schritt von Apple damals zu sagen, so iPhoto ist Geschichte und jetzt wird alles auf Null gesetzt mit der Fotos-App. Das war ja der Auftakt eigentlich der plattformübergreifenden Fotos-App, dass sie eben gesagt haben, das muss man ganzheitlich denken. Wir können nicht iPhoto auf dem Mac haben und eine Fotorolle oder eine Foto-App auf dem iPhone. Aus heutiger Sicht muss man sagen, im Jahre 2024, zehn Jahre nachdem diese Fotos-App dann eben dann offiziell da auch auf dem iPhone eingeführt wurde, in iOS 8, es war ein sehr guter und sehr richtiger Schritt, aber es war auch durchaus ein Weg, der gegangen werden musste. Also am Anfang war ja gerade diese Nachbearbeitungsfunktion, ich habe selber auch mal gesehen auf dem Mac, mich hat das häufig ein bisschen geärgert, dass ich unter iPhoto in den ersten Jahren mehr machen konnte, als dann in der Fotos-App von Apple. Viel mehr, ja, ja. Das war ein harter Strich und dann gab es ja parallel noch Aperture, was sie dann praktisch hatten und dann auch abgesägt haben oder einfach eingestellt haben, wo alle Leute, die so ein bisschen, also mehr als nur ihr Hobby-mäßig ihre Bilder verarbeitet haben, einfach vor den Kopf gestoßen wurden, die da vielleicht halt auch Zeit in ihre Bibliotheken vergraben hatten und da halt mitgearbeitet haben. Und dann war einfach das als Tool plötzlich weg. Und die Fotos-App, das war schon ein relativ dramatischer Übergang. Also für jeden, der irgendwie mit Fotos mehr machen wollte, muss man wirklich sagen. Und viele sind wahrscheinlich dann einfach zu Lightroom, also die, die mehr mit ihren Bildern machen wollten, sind dann wahrscheinlich zu Lightroom gewechselt. Aber jetzt ist natürlich, also für den Basisbedarf, denke ich, ist die Fotos-App und auch mit so Basisschaltern, wie du halt Bilder nachbearbeiten und ein bisschen verbessern kannst, ich merke, dass es zum Beispiel meine Ansprüche eigentlich meistens abdeckt. Also ich greife, muss ich sagen, sehr selten. Also dafür finde ich die Zeit irgendwie nicht oft genug und dann die Fotos so weit nachzubearbeiten zu wollen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, muss ich dir sagen. Auf der einen Seite, ja, gebe ich dir vollkommen recht für die grundsätzliche Nachbearbeitung der Bilder. Wenn ich die Bilder so, wie sie grundsätzlich beschaffen sind, dann eben auch weitergeben möchte und möchte sie nur noch ein bisschen veredeln, also dass ich die Farben nochmal nachjustiere, auch die automatischen Filter sind ja sehr gut und diese Templates, die du hast. Also das ist alles wunderbar, würde ich alles unterstreichen und auch schön simpel. Was mir nach oben hin fehlt, ist so diese Geschichte, dass man zum Beispiel auch für Social was machen kann, dass man irgendwie Textelemente einbauen kann, die schick aussehen, dass man zum Beispiel kleine Fehler korrigieren kann, also irgendwelche Sachen, und da sind wir gleich beim Thema KI schon, dann eben dann rausjustieren kann oder das Bild sogar vielleicht gerade rücken kann und dann wird dann so, wie das bei Adobe ja mittlerweile ist, dann wird das nachgerechnet, was dann da noch im Bild sein könnte. Ja, so diese ganze Next-Level-Geschichte oder zum Beispiel so Collagen aus Bildern, die man so im social-fähigen Format hat. Apple hat da ja kurioserweise, du erinnerst dich vielleicht noch, diesen Ansatz gefahren, die haben ja Clips rausgebracht. Ja. Und das war völlig überraschend, kein Erfolg. Richtig, ja. Und es ist eigentlich schade, dass das nicht, also sag mal, dass die Lektion daraus nicht ist, dass man gesagt hat, die Idee grundsätzlich war richtig, aber es gehört eigentlich in die Fotos-App. Ja, da hatten sie wahrscheinlich auch die Befürchtung, dann zu überfrachten oder es waren halt verschiedene Teams und da war irgendwie, man muss offensichtlich intern auch wenig Kommunikation gewesen sein. Aber das stimmt natürlich, dass das schon auch eine verpasste Chance war, da viele interessante Elemente, die Clips eigentlich hatte, oder man sollte vielleicht gar nicht in der Vergangenheit von Clips sprechen, weil irgendwie gibt es es ja schon auch immer noch. Also, dass sie die nicht in Fotos integriert haben, fände ich eigentlich auch schade. Ich bin auch da neugierig, wo iOS 18 jetzt den Schwerpunkt setzt, vermutlich ja natürlich wieder rund um KI, wird sich zumindest anbieten, weil da sehen wir das jetzt die anderen oder Android und Google natürlich, aber auch Samsung, natürlich sehr stark auch da in diese Kerbe schlagen und natürlich Funktionen dann nachliefern, die Apple irgendwann unter Zugzwang wahrscheinlich bringen werden und vielleicht jetzt schon unter Zugzwang bringen, da jetzt auch fotoseitig nachzulegen. Und Google war ja immer sehr stark, was diese computergestützte Fotografie angeht von Anfang an und konnte da auch viel wettmachen, was vielleicht auch von der Hardware her schwächer, also von Sensor und Objektiv-Linsensystemen schwächer war als beim iPhone, hat trotzdem dann die Software bis zu einem gewissen Grad wettgemacht. Und Apple war da auch Nachtmodus, kam ja sehr spät auf dem iPhone, solche Geschichten, wo du sagst, ja, ich hätte halt gern auch nachts irgendwie ein Foto, auch wenn es manchmal künstlich aussieht, dass es dann plötzlich hell ist nachts. Aber du willst halt lieber dann halt dein Foto machen, egal. Ja, dann sieht es halt hell aus und trotzdem hast du aber zumindest das fotografiert, was du fotografieren wolltest. Ja, also auf der anderen Seite muss man sagen, also es ist jetzt, also zum Beispiel so auch die Szenenerkennung und jetzt auch Personen- und Haustiererkennung, was wir ja noch mitgebracht haben jetzt mit iOS 17, da sind auch schon große Schritte gewesen. Also dass du jetzt wirklich deine Fotobibliothek unglaublich penibel nach praktisch Situationen durchsuchen kannst, also irgendwie sagst Haustiername plus Meer, Strand und irgendwie noch eine Jahreszahl und du kommst relativ schnell tatsächlich zu Fotos, die du suchst. Plus halt natürlich Texterkennung, die dann im Foto, wenn du einfach irgendwas, irgendeinen Textschnipsel suchst, dir halt irgendwo, den du vielleicht mal fotografiert hast. Ich bin da immer wieder verblüfft drüber und dann kriegst du doch tatsächlich ein Ergebnis am Schluss raus. Das ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Also das lohnt sich da auch ab und zu mal einen Blick reinzuwerfen. Und ich meine, die Fotos-App ist natürlich schwierig, da eine Alternative für zu finden, weil sie natürlich mit iCloud-Fotomediathek verknüpft ist. Und man kann es unter dem Strich natürlich, also wer halt irgendwie zumindest kein Problem damit hat, seine Fotos halt in die Cloud zu speichern. Und man hat ja inzwischen auch zum Glück die Option zu sagen, ich will halt das alles Ende zu Ende verschlüsseln. Wenn man in iCloud halt die Ende zu Ende, diesen erweiterten Datenschutz aktiviert, sodass halt fast alles von iCloud Ende zu Ende verschlüsselt ist, dann sind eben auch die Fotos Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, es sind wirklich, diese Fotos bleiben privat. Ich muss da keine Sorge haben, dass sie irgendwie auf Apples Servern doch irgendwie entschlüsselt werden können und doch irgendwie jemand da theoretisch drankommen könnte auf wilden Wegen. Und dann ist es natürlich, es ist halt einfach furchtbar bequem, natürlich auf all seinen Geräten seine komplette Fotobibliothek zu haben. Gerade im Kontext von diesen Erinnerungen wurde dann plötzlich auch zehn Jahre alte oder vielleicht sogar 20 Jahre, je nachdem, wie weit diese eigene Fotobibliothek zurückreicht, da halt auch tolle Sachen aus längst vergangener Zeiten dann einen wieder in diesen Erinnerungen natürlich erwischt. Das ist schon ganz nett. Ja, ich glaube, dieser nahtlose Ansatz, der ist tatsächlich ein großer Vorteil für Apple, weil wenn du alternative Foto-Apps anguckst, du musst immer erst mal das Bild sozusagen aus der Fotomediathek importieren. Du kannst es zwar zurückschreiben dann auch, die Möglichkeit gibt es, diese Schnittstelle, aber alleine dieser Ansatz, dass du dann irgendwie so eine parallele Fotomediathek aufbauen musst oder zumindest den eben da immer importieren musst, das macht es schon halt ein bisschen mühsamer. Und ich muss auch gestehen, ich habe viele Apps ausprobiert, Alternative zur Fotobearbeitung auf dem iPhone. Und bei keiner habe ich den Eindruck gehabt, die hält mich jetzt wirklich fest. Also die hatten manchmal Funktionen, ja, das war schon so. Gerade jetzt für so Reparaturstifte und so weiter, da waren die schon deutlich überlegen, um dann mal so eine Kleinigkeit rauszunehmen. Aber ja, das kam immer mit dem Preis der nicht so tollen User Experience häufig daher. Ja, und durch diese Verknüpfung hat man halt auch keine richtige Alternative. Die einzige ernsthafte Alternative ist eigentlich Google Fotos. Und will man halt all seine Fotos irgendwie zu Google hochladen, die Frage muss jeder für sich, glaube ich, selbst beantworten. Aber du halt zumindest mit der Prämisse herangehst, du möchtest halt deine Fotos wirklich in der Cloud haben und auf all deinen Geräten, dann hast du gar nicht mehr so viel. Es gab mal eine Zeit, da gab es irgendwie verschiedene Dienste, die auch diese Art von Synchronisation angeboten haben. Aber das konnte sich, am Schluss konnte sich das keiner mehr sinnvoll leisten als Geschäftsmodell. Dann sind eigentlich nur, also ich meine, wird schon irgendwo, du kannst natürlich auch irgendwie die in Dropbox, kannst natürlich irgendwie deine Fotos auch packen. Aber dieses klassische Zusammensystem ist dann eigentlich, sind nur iCloud-Foto-Mediathek und Google Fotos übrig geblieben, habe ich das Gefühl. Also vielleicht gerne auch schreiben, wenn jemand noch einen tollen anderen Dienst gefunden hat, der da die eigenen Ansprüche erfüllt. Ich wäre da sehr neugierig und würde auch ganz gerne mal wieder was anderes ausprobieren. Aber ich habe da wenig gesehen in der letzten Zeit, was mich direkt angesprochen hätte. Ja, aber also wichtige, natürlich zwei wichtige Apps und die immer wichtiger geworden sind durch die Kamera, durch das Kamerasystem des iPhones. Ich mache mir schon eine Notiz darüber. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele Notizen du auf deinem iPhone gespeichert hast. Ich bin auch nämlich, wo wir wieder bei Zahlenraten gelandet sind. Ich war nämlich relativ verblüfft davon, dass ich in meiner Notizen-App noch nicht ganz tausend, aber in hohen dreistelligen Zahl an Notizen inzwischen gesammelt habe und gemerkt habe, dass ich tatsächlich Apples Notizen-App sehr stark in meinen Alltag integriert ist. Ich meine, die war ja, Notizen-App war ja mal so das klassische, klassische Bedienoberflächen-Vorzeigeelement, als es halt mit Leder einband und diesem gelben, gelbgebleichten Papier war. Also das war so das Paradebeispiel für diese Art von Bedienoberfläche letztlich. Und die haben es natürlich dann schon auch modernisiert, weil es ist ja ein Urgestein bis zu einem gewissen Grad. Aber Apple hat die halt nicht nur modernisiert, sondern die haben die auch wirklich Schritt für Schritt so konsequent ausgebaut, dass der Funktionsumfang von Notizen ist so groß inzwischen, dass der, glaube ich, also du musst schon sehr spezifische Ansprüche an Notizen haben, um da, glaube ich, drüber hinaus zu gehen. Plus halt Sync-Funktionalität zwischen den eigenen Geräten, plus halt die Möglichkeit, halt auch Notizen gemeinsam zu bearbeiten mit anderen Apple-Notizen-Nutzern, sei es in der Familie oder mit Freunden. Du kannst ja einfach ein Dokument oder eine Notiz zusammen bearbeiten mit einem Verlauf und auch verschiedenen Sachen. Also da sind die Möglichkeiten und jetzt haben sie ja auch irgendwie Sachen noch nach, endlich nachgereicht, was, glaube ich, eine der letzten großen fehlenden Funktionen war, dass du halt in einer Notiz eine andere Notiz verlinken kannst. Das ist ja so ein Klassiker bei anderen Zettelkasten-Notiz-App, dass man halt diese Querverweise machen kann. Und das geht jetzt auch in Apple Notes oder in Apple-Notizen. Und damit ist das wirklich eine App, die, also bei mir hat die sich ihren Platz ganz vorne auf dem Homescreen redlich verdient, weil ich brauche die oft und speichere da sehr viele Sachen. Ja, geht mir genauso. Also am Ende lande ich immer wieder in der Notizen-App. Und ob die einem jetzt gefällt oder nicht von der Optik her, das ist eigentlich sekundär, weil Apple da eigentlich wenig verkehrt machen kann. Solange diese Cloud-Synchronisation gut funktioniert, solange man einigermaßen sich darin orientieren kann, eine Suchfunktion da drin hat, da ist eigentlich alles da. Und wenn man sich jetzt fragt, ist das eigentlich die Erwartung oder gehört sowas zu einem Standard-App-Baukasten dazu, dann ist die Notiz-App eine, die bei mir auch ganz weit oben steht bei dem Bejahen von dieser Frage. Die ist wirklich, die ist halt wichtig für so ein Smartphone. Und ja, in der Tat, sie haben viel gemacht. Also ich muss ja sagen, die letzten Jahre und die letzten Updates haben eigentlich Alternativen mehr oder weniger ja fast den ganzen Nährboden entzogen. Lange Zeit war es ja so, dass man schon mit einer schöneren Optik, mit Funktionen zum Sperren und kollaborativen Bearbeiten dann vielleicht noch die Leute packen konnte. Aber inzwischen hat Apple da ja auch dermaßen nachgelegt, dass da eben, ja, ganz, also sagen wir mal, dass es nicht mehr als eine Nische ist, alternative Notizen-Apps noch zu machen. Ja, du musst, glaube ich, schon dann ein sehr spezifisches Publikum ansprechen, sei es halt irgendwie durch Markdown-Unterstützung oder halt mehr in die Schreibprogramm-Richtung zu gehen, da halt praktisch ein professionelleres Schreibtool aufzusetzen und da verschiedene Elemente reinzuintegrieren, die halt Apple Notes dann nicht abdeckt. Aber inzwischen haben sie ja auch, ich meine, auch PDFs und PDFs ausfüllen und all diese Geschichten, die jetzt auch mit iOS 17 teilweise erst nachkamen, die sind ja inzwischen auch einfach vorhanden und damit natürlich auch in Apple Notizen vorhanden und du kannst ja auch irgendwie dann Notizen irgendwie Richtung Pages weitergeben, um dann da Textverarbeitung auszubauen oder sowas. Also Apple hat da schon einen relativ, relativ guten, guten Status geschaffen und sie funktioniert, also sie arbeitet zumindest bei mir auch sehr zuverlässig, muss ich sagen. Also das ist natürlich der Albtraum immer. Und ich meine, ich weiß noch nicht, wie gut man seine Notizen da rausbekommt. Also ich habe noch keine große Exportiersache versucht durchzuführen. Das wäre vielleicht so der Knackpunkt, wo man sagt, vielleicht sollte man da doch irgendwie dann auf Nummer sicher gehen und seine Notizdatenbank, ja. Ach, stell doch einfach mal eine DSGVO-Anfrage an Apple, dann kriegst du einen großen Koffer zugeschickt. Ja, aber in wilden Formaten kriegt man den zugeschickt. Ich habe das gerade letztens nochmal ausprobiert. Aber sonst ist es, also muss man wirklich sagen, Notizen ist wirklich, ich bin, ich hoffe, dass sie da so am Ball bleiben, wie sie jetzt in den letzten Jahren am Ball waren und das so konsequent auch irgendwie mit, zumindest dann halt einmal jährlich mit einem großen Update belegen oder auch einem kleinen Update irgendeine wichtige Funktion halt nachliegen. Und da schreit natürlich auch nach KI jetzt, muss man sagen. Also, ja, die eigenen Notizen mit einem sinnvollen Sprachmodell durchstöbern zu können und mit seinen Notizen in Interaktionen und Gespräche zu treten, das wäre schon cool. Ja, wohl wahr. Ja, dann schreiben wir uns doch was in die Erinnerungen-App, dass wir das nicht vergessen. Ja, die Erinnerung ist das, das ist ein anderer Element natürlich. Da steht, bei mir steht es auch direkt neben Notizen, auch bei Apple steht es neben Notizen, sehe ich gerade im Standard, in der Standard-Aufführung. Und Erinnerung ist auch so, die kam ja relativ spät, ist ja eigentlich eher noch ein ziemlicher Neuzugang, wenn man so will, das ist natürlich seit ein paar Jahren jetzt auch schon vorhanden. Und die war am Anfang sehr rudimentär, muss man sagen. Aber dann haben sie dort, und auch komisch vom Aufbau her, so viele Leute, die, glaube ich, To-Do-Apps und so weiter benutzen, sind am Anfang, oder zumindest spreche ich mal, mindestens mal für mich, sind am Anfang nicht mit Erinnerungen klargekommen. Und das haben sie dann aber relativ schnell, glaube ich, die Kurve bekommen. Und da doch ein durchaus flexibles und mächtiges To-Do-Tool, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon, es deckt auch hier wieder einen sehr großen Basisanspruch an Erinnerungen, Aufgaben, To-Do-App. Ich meine, du kannst deine To-Dos letztlich ja auch in der Notizen-App pflegen und einfach da eine Liste anlegen und abhaken. Aber du hast natürlich in der Erinnerungen-App die praktischere Vorlage und kannst sie natürlich eben auch teilen in der Familie oder mit Freunden oder was man halt immer irgendwie zusammen an Aufgaben abhalten. Im Team basiert wird es dann wahrscheinlich schon schwieriger, kann man aber sicher auch irgendwie hinbiegen. Und jetzt haben sie ja mit iOS 17 auch nochmal diese Kanban-Board-artige Ansicht, dass man halt die Aufgaben sozusagen nebeneinander anordnen kann und dann so hin und her verschieben kann. Also eine Sache, die man natürlich auch eher aus klassischen To-Do, großen To-Do-Apps kennt, haben sie da auch einfach integriert, mal so nebenbei. Das war eher so wie so eine beiläufige Funktion. So, ja, das wird jetzt irgendwie auch als Ansicht mal integriert. Und das war schon, also ist natürlich schon nett. Und du hast halt auch die Systemintegration, dass du dich halt an bestimmten Orten einfach an Sachen erinnern lassen kannst. Und das macht es dann, macht es doch ganz interessant. Ich finde, die Erinnerung App hat sich unglaublich gemausert. Also bei mir war es auch so am Anfang hohe Erwartungen, große Enttäuschung, eigentlich völlig von abgekommen, dann bei Wanderlist gelandet und über Umwege bei Microsoft To-Do. Und das Problem ist natürlich heutzutage, wenn man sich erstmal so einen großen Zettelkasten angelegt hat irgendwo, dieses Umziehen fällt einem ja unglaublich schwer. Und ich muss sagen, aber die Reize, in die Erinnerung App zurückzuziehen, sind sehr groß geworden. Und eine Sache, die Apple integriert hat, ich meine, es ist so simpel, aber keiner ist anscheinend vorher groß drauf gekommen, ist diese Geschichte der wiederkehrenden Listen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe immer wieder Checklisten, die ich dann nochmal durchgehe. Und in anderen To-Do-Apps muss ich dann immer wieder die Liste nehmen und wieder die ganzen Haken rausmachen, damit ich sie von vorne beginnen kann. Und Apple hat ja irgendwann in den letzten Jahren diese Vorlagenfunktion eingeführt, dass du sagen kannst, ich speichere eine Liste als Vorlage und kann sie immer wieder einsetzen. Und das ist so toll. Und allein das ist für mich eigentlich so ein Punkt, wo ich gerade so sehr stark in Versuchung geraten bin, zur Erinnerung wieder zurückzuwechseln. Ja, das ist halt lustig. Manchmal ist es ja wirklich eine spezifische Funktion, die es dann für einen persönlich besonders herausholt oder ausmacht oder auch dann die Entscheidung einfach macht, halt zu einem bestimmten App oder einem bestimmten Tool zu greifen. Aber das ist wirklich faszinierend, dass da durchaus dann dieses Tool einfach Erinnerungen als Basis-App sein kann, die halt mitgeliefert ist, wird und da ist. Also ich glaube, ich kann auch, also man kann wirklich nur jedem empfehlen, der, so wie es uns beiden ja offensichtlich dann jetzt ging, am Anfang vielleicht abgeschreckt war von diesen ersten ein, zwei Versionen von der Erinnerung, App, die halt komisch waren, da durchaus diesem Tool nochmal eine Chance zu geben. Also wenn man jetzt nicht sowieso tief in irgendeiner super To-Do-System und App sowieso schon drinsteht, dann ist das natürlich, ist das alles nochmal ein anderes Thema. Aber ja, wir haben übrigens auch da nochmal der Verweis aufs Heft, einen Artikel zu Zeitmanagement mit Apple Sport Mitteln. Da spielen also auch eben all diese Standard-Apps eine Rolle und wie kriegst du die in einem Zeitmanagement-System integriert, sodass du eben keine anderen Software und Tools brauchst, sondern nimmst einfach die Tools, die einfach schon mitgeliefert sind und machst damit deinen Aufbau, Tagesaufbauplanung und so weiter. Auch das ist in der Mac and i2.24 zu lesen. Und das gibt es auch schon auf Heise Plus für die Abonnenten. Also da werde ich auch mal den Link noch in die Show Notes packen. Das geht ja heute zu wie in einer Musik-App von Apple. Ständig Splash-Screens. Gleich kommt der nächste Splash-Screen. Ja, ich gucke auf die Uhr. Die Zeit ist ja schon weit fortgeschritten, aber es ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Jetzt wird die Uhrzeit-App. Anhand der fortgeschrittenen Uhrzeit werden wir, glaube ich, über die Uhrzeit-App nur kurz sprechen. Die ist ja auch ein Urgestein natürlich, was schon immer da ist. Und das ist halt lustig, worüber ich nur schmunzeln musste bei der Uhr, ist halt, die enthält ja natürlich auch solche Elemente wie nicht nur die Alarme und so eine Weltzeit-Uhr, sondern natürlich auch die Timer, die ja so eine Basisfunktionalität sind und die ja wirklich auch bis iOS 17 auf dem iPhone gebraucht haben, um tatsächlich, das war ja Apples, sie haben es ja erwähnt sogar auf der Keynote, auch so ein bisschen mit einem Witz verpackt. Aber ich glaube, es war ihnen schon auch irgendwie peinlich, dass es bis iOS 17 gedauert hat, um mehr als einen parallel laufenden Timer zu unterstützen. Es brauchte die talentiertesten Software-Ingenieure der Welt, um nach 17 Jahren herauszufinden, dass man einen zweiten Timer gebrauchen könnte. Und das dann auch noch umzusetzen, ja. Also es scheint ein komplexes Problem gewesen zu sein. Warum auch immer. Aber wir sollten uns nicht beschweren, weil immerhin ist es jetzt möglich. Und klar, man lebt natürlich auch davon, dass es halt mit dem System verzahnt ist und dass man halt da auch tatsächlich eine der Funktionen, zu denen man beherzt zu Siri greifen kann, weil zumindest meistens Siri in der Lage ist, den Timer zu stellen. Ich habe den Eindruck, wir haben tatsächlich nur einen Bruchteil dieser 45 Apps gestreift. Ja, wir müssen, ich glaube, es gibt nur eine App, eine große, wichtige App, die wir noch ansprechen müssen. Und eine andere, die auch wichtig ist, ist natürlich Health. Die gibt es ja auch noch gar nicht so lang. Aber es ist halt klar, dass die als Sammelbecken, da gibt es auch keinen Ersatz für, weil du hast halt diese Gesundheitsdatenbank, mit der eben alle anderen Apps sprechen und ihre Fitnessdaten da rein speichern können. Und da, glaube ich, ist erstens auch für KI noch viel zu holen, wenn du die Auswertung verbesserst. Da macht Apple ja jetzt auch schon, haben sie schrittweise in den letzten Jahren nachgebessert. Das war ja ein furchtbar sperriges Interface, wo du kaum verstanden hast, was du da eigentlich siehst. Ich kann jedem empfehlen, vor allem Leuten, die eine Apple Watch haben, da auf jeden Fall in Health die Trendfunktion zu aktivieren, wenn man da halt Trendverläufe sieht, von halt praktisch Bewegungsdaten und Ruhepuls und verschiedenen Elementen, die eben die Apple Watch aufzeichnet im Hintergrund. Und damit hat man einen sehr relativ interessanten Einblick, glaube ich, in seine eigene Fitness und Gesundheit. Und diese Cardio-Fitness-Funktion, die da halt mitspielt, die einem, glaube ich, auch einen ganz guten Einblick gibt, wie ist so der Fitness- und Gesundheitszustand und wie ist der im Verlauf? Und wie kann man den auch irgendwie vielleicht verbessern und idealerweise nach oben bewegen? Also das sind, glaube ich, zwei wichtige Gesundheitsfunktionen, die natürlich wirklich spezifisch, vor allem für Apple Watch Nutzer relevant sind, weil die halt die Daten praktisch am Handgelenk kontinuierlich erfassen. Und die andere wichtige große App, die natürlich auch eine sehr bewegte Geschichte hat, ist halt Apple Karten. Und da ist ja auch interessant, dass wir jetzt schon die Ankündigung von Apple gehört haben, dass du irgendwann Anfang 2025 halt diese Standard-Karten-App ändern kannst. Ich weiß noch nicht so recht, was die Auswirkungen davon sind. Also was heißt das? Was ist diese Standard-Karten-App für das System? Vermutlich ist das natürlich, spielt irgendwie mit Siri auch zusammen. Oder wenn du halt Siri sagst, führe mich zur Straße XY, dann wird halt theoretisch Google Maps statt Apple Maps oder so herangezogen. Also irgendwie solche Sachen werden diese Verzahnungen sein. Ich bin da neugierig, wie sie das umsetzen. Aber Apple Karten ist nach diesem Jahr wirklich furchtbar holprigen Start 2012 oder wann das war, sind sie schon gut vorangekommen auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann immer noch drüber diskutieren, ob Google Maps nicht in gerade was so die verschiedenen, diese Orts, also die Datenbank zu Restaurants und Cafés und so weiter, dass die in Google Maps immer noch besser und aktueller ist, kann man sicher drüber diskutieren, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Aber ich denke auch, was Navigation angeht, inzwischen kommt man mit Apple Maps, auch in Deutschland, kommt man gut zurecht. Und gerade in den größeren Städten, die halt schon diese erweiterte, diese Superstadt-Funktion, wo diese sehr detaillierten Karten, wo du teilweise die Fahrspuren und noch die Fahrradspur daneben und die Abbiegepfeile auf der Straße verzeichnet hast. Also ich meine, das sind halt irgendwie München und Berlin und Hamburg. Ich weiß gar nicht, welche sind in Deutschland. Das sind vielleicht fünf, sechs Großstädte. Das ist schon, dann ist das schon eine sehr, schon eine sehr runde Sache inzwischen, denke ich, als Navi-App auch, also sei es im Auto oder auch mit dem Fahrrad durchaus. Also ich sage mal generell, für den Ästheten ist das eigentlich die erste Wahl, diese App. Du hast zwar tatsächlich an einigen anderen Apps jetzt weniger, aber in den letzten Jahren mehr eben den Detailgrad und natürlich auch hier und da noch so Punkte, wie zum Beispiel in den Verkehrszeichen, wo das akkurater ist oder Warnungen vor möglichen Geschwindigkeitskontrollen. Es darf ja keine Blitze abwehr geben und solche Sachen. Also da sind andere Apps ja durchaus dann bei den Features noch besser aufgestellt, aber einfach ästhetisch, finde ich, ist diese App eben wirklich, das ist wie die Wetter-App, halt so ein Augenschmaus. Und ja, sie hat eine sehr interessante Entwicklungskurve eben genommen. Witzigerweise, mir fällt gerade auf, weil wir hatten das Beispiel ja von auch mit der Fotos-App auch da, so ein harter Reset, der irgendwann gemacht wurde und wo aber jetzt so mit dem Rückblick über zehn Jahre man schon sagen kann, ein Glück, dass Apple das gemacht hat. Also es ist was Gutes draus geworden. Ja, vor allem auch dadurch, dass sie sich halt jetzt diese immense Mühe ja gemacht haben, mit ihrer eigenen Fahrzeuge durch die Gegend zu schicken und die Aufnahmen zu machen und dann diese ja wirklich sehr beeindruckende. Ich bin sehr gespannt, weil noch wissen wir nicht, wie zum Beispiel Apple Karten auf der Vision Pro eines Tages aussieht, aber da kannst du dir ja schon vorstellen, wenn sie es schaffen, diese 3D praktisch ja oder diese Umgebungsaufnahmen in sinnvoller Form halt auf das Headset auch zu bringen. Das ist ja auf dem iPhone jetzt schon beeindruckend. Und alle Orte, die halt in dieser Form kategoriert sind, du kannst dir ja irgendwie ein Ferienhaus oder ein Urlaubsort oder irgendeine in der Stadt, wenn du an einen neuen Ort ziehen möchtest, du kannst dir ja wirklich einen Straßen, einen kompletten Straßenverlauf anschauen und bekommst einen unglaublich, würde ich sagen, detaillierten Eindruck davon, wie das da vor Ort eigentlich so ist. Ich meine, es scheint natürlich meistens die Sonne und es ist an einem sonnigen Tag aufgenommen, weil die es halt natürlich so machen, dass du halt irgendwie da ordentlich auch Licht hast. Und dann vielleicht, wenn du dann an einem grauen Tag hinkommst, wunderst du dich, aber du kriegst einen guten Eindruck schon. Und die Daten sind ja jetzt auch, in Deutschland sind, glaube ich, die meisten Daten so von 2020, 2021 oder so. Und vermutlich muss Apple jetzt irgendwann mal wieder neu fahren oder wieder nachfahren. Aber das ist schon recht nett, muss ich sagen. Also ich benutze das sehr gerne, um irgendwo mal was nachzunehmen. Und das geht ja nicht nur in Deutschland natürlich, sondern kannst auch durch Italien fahren. Also kann man alles machen. Das kann man sich auch als Freizeitbeschäftigung machen. Ja, es ist wirklich bemerkenswert, wenn man bedenkt, welchen Zeitvorteil Google Maps bei dem Thema hatte und wie Apple eben da durch schieren Ressourceneinsatz, muss man sagen, eben dann auch da gleichgezogen hat, was viele anfangs für ausgeschlossen hielten und am Anfang wurden ja eben diese Fehler an den Karten eher belacht und wurden als Indiz gesehen, dass Apple das ganz schwer haben wird, da gleichzuziehen. Aber mittlerweile muss man sagen, Hut ab. Also das ist schon wirklich bemerkenswert, was sie da hingekriegt haben. Ja, ich sehe, wir haben noch so viele schöne Apps, über die man jetzt noch sprechen könnte. Also es schreit nach einer Fortsetzungsgeschichte. Wir werden uns auch den weiteren mal widmen müssen. Unter anderem, es sei nur kurz gestreift, die Aktien-App. Für mich ein Kuriosum unter den Standard-Apps. Das ist deine Lieblings-App, würdest du sagen. Ah, herrlich. Ich gucke jeden Tag 30 Mal rein. Nein, das ist wirklich bemerkenswert. Ja, es ist bemerkenswert. Vielleicht gibt es auch jemanden unter den Zuhörenden, der die in seinem Doc hat und sagt, ohne diese Aktien-App konnte er irgendwie mit dem iPhone überhaupt nichts anfangen. Sie ist nämlich per se irgendwie nicht schlecht, aber ich merke auch, dass sie bei mir keine sonderliche Alltagsrelevanz hat. Und ja, ich glaube, viele Leute verstecken die irgendwie in einem Ordner oder inzwischen kannst du sie ja auch einfach löschen. Apple hat ja jetzt auch ein bisschen angefangen, das natürlich so zu verzahnen in den USA halt mit Apple News und dass du sozusagen so ein News-Element drin hast. In Deutschland ja auch, dass du praktisch zu dem Unternehmen, zu dem Börsenkurs praktisch Börsen-News dann noch bekommst. Und da ist ja so ein ganzes Konzept. Also sie machen da, stochern da irgendwie um was herum. Und offensichtlich ist das mal mindestens in den USA, scheint es so ein Ding zu sein, dass Leute irgendwie eine Aktien-App auf ihrem Telefon erwarten. Also wir hatten ja eben nochmal nachgeschaut. Also auf iPhone, erstes iPhone, Aktien-App. Und die ist ja noch älter auch. Ja, die geht irgendwie auf ganz alte Zeiten. System 7.5, 1994 wurde sie ursprünglich eingeführt. Also das ist bemerkenswert, dass es augenscheinlich so ein tiefes Bedürfnis nach Aktien-Informationen gibt, dass man meint, das müsste eine Standard-App sein. Wäre immer ganz interessant. Also ich meine, Apple wird es uns nicht verraten, aber welchen Beweggrund sie da bis heute haben, dass sie sagen, obwohl es ja nun wirklich Finanzdienstleistungen ohne Ende gibt, obwohl ja jeder App, wo du mit Aktien handelst, hast du ja auch die Kurse drin und so, dass Apple sagt, das muss aber trotzdem jederzeit auf jedem iPhone dann erst mal zugegen sein. Ja, das ist schon faszinierend. Ja, jetzt würde ich sagen, verlassen wir mal das Parkett der Apps, die wir betrachten. Vielleicht noch so ein Blick darauf, wir haben es ja ein bisschen angetönt, so das Share-Logging, was ja immer wieder mal dann auch in der Diskussion ist und generell so die Veränderungen, die sich da so ergeben haben. Wie siehst du diesen Punkt, dass Apple Share-Loggt? Also diese kurze Erläuterung, das ist ja, dass sie Apps, die es im App-Store gibt, sozusagen kopieren, das übertrieben, aber sich inspirieren lassen und sagen, das brauchen wir auch als Funktion, als Standard-App. Und damit natürlich ja eben dann auch häufig entweder der App, die es da gab, die Existenzgrundlage entziehen oder zumindest sie dann eben dazu bewegen, dass der Entwickler gucken muss, dass er speziellere Use Cases abdeckt. Ja, es ist halt immer natürlich eine schwierige Geschichte und ich glaube, da ist Apple natürlich im Laufe der Zeit sicher einigen Entwicklern ernsthaft vor den Karren gefahren. Manchmal kann man diskutieren, wie berechtigt das dann immer war. Also ich meine, es gab ja diese ursprüngliche Sherlocking-Geschichte, wo sie praktisch wirklich eine App von einem Drittentwickler, wenn du so willst, eins zu eins nachgebaut haben. Also das war irgendwie der offensichtliche Fall. Danach weiß ich gar nicht mehr, ob man wirklich es schafft, so haarsträubende Beispiele zu finden. Es war natürlich immer so, dass Apple mitunter sich Funktionalitäten geschnappt hat, die sei es auch aus dem Jailbreaking-Bereich kamen und es halt ins Betriebssystem integriert hat, wo so kleine Tools halt da waren, wo sie ein Element eben selbst übernommen haben und wo man halt oft wirklich aber auch dann drüber diskutieren müsste, ob das halt nicht eben auch sinnvoller ist, solche Sachen ins Betriebssystem zu integrieren. Das beste Beispiel wären ja jetzt solche Clipboard-Manager, die halt Apple bis jetzt einfach ignoriert hat. Die gibt es halt auf dem Mac, auf dem iPhone gibt es sie nicht so richtig, weil sie schwierig funktionieren können. Ein extrem nützliches Tool, wo man eigentlich argumentieren kann, das ist eigentlich ein Tool, das sollte das Betriebssystem stellen. Aber wenn du das als Betriebssystem machst oder eben als Apple, der Betriebssystemhersteller, damit untergräbst du halt irgendeinem Entwickler, gräbst du damit natürlich das Geschäft auch ab. Weil wenn der halt darauf sein Tool aufgebaut hat, ist das unter Umständen dann über Nacht halt nicht mehr so nützlich, wie es vorher war. Und im besten Fall schaffen die Entwickler solcher Apps oder Dienste natürlich dann eben, du hast auch schon angesprochen, ihren Dienst halt auszubauen und da halt nochmal einen deutlichen Schritt weiter zu gehen, als das, was halt Apple anbietet. Aber die Garantie hast du natürlich nicht. Also das ist sicher eine wilde, wilde Sache. Auf der anderen Seite ist es halt, also ich meine, du kannst, finde ich es auch absurd, also den Vorwurf, bei Apple ist es jetzt natürlich im Moment, weil wir diese ganze Diskussion jetzt über den Digital Markets Act haben und über die Gatekeeper und Apple natürlich so eine unglaubliche Größe erreicht hat, dass es sowieso schwierig ist, dafür zu argumentieren. Aber ich denke, ein Betriebssystemhersteller oder ein Gerätehersteller hat schon ein bisschen auch die Berechtigung halt in seinem Betriebssystem auch einen Berg an Funktionalität und da sind wir wieder bei den Standard-Apps und einen Berg auch an guten Standard-Apps zu integrieren. Also du darfst, das wäre ja absurd, das zu verbieten, dass man seinen Nutzern irgendwie dieses Komplettpaket nicht mehr liefern darf. Also ich glaube, man hört jetzt im Moment in den USA, in der US-Berichterstattung über den Digital Markets Act, höre ich manchmal raus, dass da befürchtet wird, dass die EU Apple verbietet, halt seine Sachen halt mitzuliefern. Da ist irgendwie so eine Sorge so. Ja, also die zerstören praktisch diese Integration, die Apple bis jetzt geboten hat, weil sie halt alles aus einem Guss machen, alles kommt von ihnen, das ist einfach Hardware, es ist Software, es sind Dienste, die drumherum geschraubt sind und du bleibst möglichst in dieser Blase halt drin und damit funktioniert da alles gut und so weiter. Und das wird jetzt ein bisschen, da wird natürlich jetzt geknappert an den Rändern, aber ich glaube Apple hat auch, und die haben ja auch teilweise schon darauf hingearbeitet und da sind wir auch wieder bei den Standard-Apps, dass du eben fast alle Apps oder einen Großteil der Apps halt löschen kannst, also einen Großteil der mitgelieferten Apple-Apps auch löschen kannst. Das war ja lange nicht der Fall. Und diesen Schritt haben sie schon unternommen. Das ist auch okay, weil am Schluss ist ja immer noch, sollte immer noch der Nutzer dann entscheiden, welches Tool, welche Software, welche App will ich halt benutzen und nicht einfach nur sich was vorsetzen lassen und dann irgendwie dazu sich, also es darf halt nicht so sein, dass diese, das Problem ist, die Standard-Apps sind gut und super und legitim, sie dürfen halt nur nicht irgendwie, sie haben sowieso schon einen eingebauten Vorteil, weil sie halt auf dem Gerät sind, das ist glaube ich okay, aber darüber hinaus sollten sie nicht auch noch spezifisch bevorteilt werden, weil dann fängst du halt an, wirklich der Konkurrenz irgendwie so vor den Karren zu fahren, dass an einem gewissen Punkt auch Konkurrenz im Wettbewerb nicht mehr möglich ist. Und das schadet nicht nur der Konkurrenz, sondern es schadet am Schluss auch Apple und damit natürlich uns Nutzern, weil halt die Apple-Apps auch nicht besser werden, weil auch die leben halt nur davon, dass irgendwie Konkurrenz da ist. Ja, es ist ein ganz, ganz schwieriges und großes Feld. Wir bewegen uns da tatsächlich ja auch in der Diskussion jetzt über den DMA und diese ganze Wettbewerbsförderung, die von der EU ausgelöst werden soll. Die mancher amerikanischer Blogger, die sehen uns ja als Wilde, die hier mit einer Streitaxt rumlaufen und iPhones zertrümmern in der Folge. Und irgendwo in der Mitte liegt, glaube ich, die Wahrheit. Also ich glaube, also Apple hat ja zuallererst gerade mit Blick auf die Apps von Drittentwicklern und ja selber immer noch ein starkes Interesse, nicht zu sehr den Eindruck zu erwecken, dass sie sich jetzt alle Apps krallen oder alle App-Ideen krallen, von denen sie meinen, dass sie Standard-Apps werden sollen, weil sie natürlich damit das sehr unattraktiver machen, eben auch für den App-Store zu entwickeln. Weil wenn ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass mein erfolgreiches Business-Modell nicht morgen von Apple kannibalisiert wird, dann lasse ich es besser gleich. Das muss man ja auch so sehen, dass es eine Abwägung ist. Und diesen Eindruck wollen sie ja nicht erwecken, weil sie ja eben auch weiterhin wollen, dass Entwickler in den App-Store gehen und dort Umsatz machen, womit sie mitverdienen. Man kann das sehr schön sehen, finde ich, an einem jüngsten Beispiel mit der Journal-App, wo ja auch befürchtet wurde, Tagebuch-App, ach, die sind alle jetzt tot, Apple macht selber was, Day One und so weiter, was es da alles gab. Und am Ende ist es ja so, Apple hat da eigentlich, wenn man sich das mal jetzt im Detail betrachtet, einen sehr interessanten Mittelweg gewählt. Sie haben eigentlich eine ziemlich auf die Basis reduzierte Tagebuch-App aufgenommen als Standard-App und haben da sehr viel Luft nach oben gelassen für eben diese Apps wie Day One, die eben diesen Zeitvorsprung von vielen Jahren haben. Und ich glaube, es ist nicht Unvermögen, es ist Kalkül, dass sie das so gemacht haben. Und sie haben ja sogar Software-Schnittstellen geschaffen, dass eben diese APIs, die ermuntern, Tagebucheinträge zu machen, ja auch nutzbar sind von diesen Dritt-Apps. Also die haben quasi Werkzeuge an die Hand bekommen, die Apple für sich geschaffen hat, aber gleichzeitig sie auch begünstigen. Da muss man natürlich sehen, das ist die erste Version, wie geht das in den nächsten Jahren weiter? Das kann natürlich sein, dass in zehn Jahren die Journal-App so gut ist, dass du auch keine Tagebuch-App mehr brauchst, eine dritte. Aber im ersten Moment muss man schon sagen, haben sie das ja schon eben aus diesen Erwägungen heraus. Sie können ja kein Interesse daran haben, das alles platt zu machen. Mit Bedacht gewählt, wie ich finde. Ja, und halt wirklich eine mächtige Schnittstelle, die auch am Schluss nur Apple in dieser Form tatsächlich als Betriebssystemhersteller anbieten kann, weil es ja auf sensible Daten praktisch zugreift. Was hast du halt gemacht an dem Tag? Warst du irgendwie Sport gemacht? Hast du irgendwie mit Leuten telefoniert? Das sind ja sehr sensible Daten, die praktisch über diese Schnittstelle laufen, aber halt in einer Form, die so abgesichert ist, dass halt die Apps sowieso dann erst den Zugriff darauf bekommen, wenn du sagst, ja, ich will das als Eintrag halt in meiner Tagebuch-App der Wahl hinterlegen. Und die positive Variante dieser ganzen Geschichte ist ja immer, dass Apple da vielleicht Leute auf etwas stößt, die eben vorher natürlich noch keine Tagebuch-App benutzt haben in diesem konkreten Fall jetzt. Und dann halt vielleicht die Standard-App benutzen und dann merken, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen wenig. Ich würde ja eigentlich noch mehr machen mit meinen Tagebuch-Einträgen. Und dann merken, okay, da gibt es ja im App Store noch einen ganzen Berg an hervorragenden und auch schon, ich meine, Day One gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und das ist natürlich auch von Funktionsumfang und den Möglichkeiten eine ganz andere Nummer als jetzt Apples Journal-App. Und dann idealerweise halt den natürlich dazu greifen dann. Also ich glaube, das ist auch was, was irgendwie Apple durchaus auch lieb ist, wenn das passiert. Also ich wäre da nicht so zynisch zu sagen, nee, nee, Apple will da alle jetzt irgendwie auf seine eigene Tagebuch-App holen. Und am Ende, glaube ich, gibt es zwei Arten von Standard-App, um das nochmal so den Kreis zu schließen. Auf der einen Seite hast du die Standard-App, die schon den Anspruch verfolgt, dass sie eben allumfassend ist. Ich sage mal jetzt die Kamera-App zum Beispiel. Bei der dürfte Apple auch im Sinne des Nutzers kein Interesse daran haben, eigentlich jetzt essentielle Features offen zu lassen. Weil am Ende ist das halt wirklich die App, die so verwoben ist mit dem Gerät und auch Ausdruck des Gerätes ist, dass ich da eben alles erwarte, was möglich ist. Wohingegen eben, ja, bei dieser Journal-App zum Beispiel, auch bei Freeform jetzt dann, was ja rausgekommen ist, wo ich kollaborativ dann da eben an Dingen arbeiten kann und malen kann und so. Das sind Apps, wo Apple vielleicht eher so unterwegs ist und wo sie gut beraten werden aus meiner Sicht auch, Grundbedürfnisse abzudecken, aber nicht, sage ich mal, das letzte Nischenbedürfnis auch noch irgendwann dann unbedingt erfüllen zu müssen. Einfach, weil es auch bei zu vielen landet. Und das ist ja auch, und deshalb haben wir uns ja auch über die Aktien-App so ein bisschen lustig gemacht, weil die eigentlich in einem sehr speziellen Bereich unterwegs ist. Also gut, die Amerikaner haben vielleicht alle mehr Aktien und dann ist das ein größerer Punkt. Aber in Europa und Deutschland ist das irgendwie, ja, finde ich jetzt so ein Punkt, wo ich nicht unbedingt sagen muss, das muss eigentlich das System vorhalten. Da kann ich mir doch einfach eine Dritt-App holen und eine Website aufrufen. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten. Ja, aber vielleicht ist es natürlich an einem gewissen Punkt auch so, wenn die App erst mal da ist, also es sind, da hätte ich vielleicht vorher noch mal nachschauen müssen, aber ich kann mich gerade, also ich meine, du kannst natürlich sagen, es gab Standard-Apps, die verschwunden sind, weil es gibt ein sehr prominentes Beispiel einer App, die verschwunden ist. Und das war einfach, dass das erste iPhone ja zum Beispiel noch mit YouTube kam. Also einer von Apple, einem von Apple geschriebenen YouTube, natürlich gibt es YouTube immer noch auf dem iPhone, aber einem von Apple geschriebenen YouTube-Client, was schon relativ spektakulär ist, aus der heutigen Sicht betrachtet und sehr undenkbar aus der heutigen Sicht betrachtet in vielerlei Hinsicht. Na gut, denk mal, es gab doch sogar eine Apple-Schnittstelle zu Facebook, die in den Einstellungen drin war. Es ist ja aus heutiger Sicht ja unfassbar. Ja gut, es gab natürlich schon peintosante Sachen, die man heute sich nur noch schwer tatsächlich vorstellen kann. Aber so von den Apps ist eigentlich natürlich eigentlich sonst nicht viel verschwunden vom iPhone, sondern es kam ja eigentlich nur, es kam nur mehr und mehr im Laufe der Jahre hinzu an neuen Apps, neue Dienste. Ja, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum neue Standard-Apps auch immer besonders beäugt werden und auch, sag ich mal, einer stärkeren Kritik ausgesetzt sind, als jetzt zum Beispiel jetzt Dritt-Apps. Weil einfach jeder weiß, wenn so eine App erstmal in der Welt ist, dann wird man sie wieder ganz schwer wieder los. Dann ist sie halt gesetzt. Und es ist ja immer so, ich glaube auch jetzt die belachte Aktien-App, es wird Fans davon geben. In dem Moment, wo du sagst, du nimmst sie zurück, weil es irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist oder irgendwie ein Nischenbedürfnis abdeckt, würden unzählige Leute aufbegehren und würden sagen, hey Apple, wie könnt ihr bloß? Und meine heilige Aktien-App, ich weiß gar nicht mehr, wo meine Kurse stehen. Ja, ja. Ich meine, du kannst da als Hersteller, kannst da glaube ich nur verlieren, sowas dann zu streichen. Und ich würde auch sagen, wahrscheinlich für Apple, der Entwicklungsaufwand für die Aktien-App dürfte überschaubar sein, sollte man meinen. Ich weiß nicht, unterschätzt das nicht. Unterschätzt das nicht, lieber lieber. Okay, vielleicht mache ich es mir da ein bisschen zu einfach. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, die Grundfunktionalität, wenn sie da jetzt nicht neue Features ergänzen, klar, dann ist das relativ easy. Aber wenn man sieht, welche Zeitepochen und Betriebssysteme diese App überdauert hat, dann hat Apple die in der Zeit bestimmt schon sechs Mal neu entwickelt. Und also da ist schon eine Menge Hirnschmalz dran verloren gegangen. Ja, lassen wir uns überraschen, was als nächstes kommt. In den USA ist ja gerade die Sports-App rausgefallen oder jüngst, die es bis nach Deutschland noch nicht geschafft hat. Obwohl da ja auch irgendwie, Bundesliga kannst du da auch nachschauen und ein bisschen Sportwetten machen. Also es passieren auch komische Dinge in Apples App-Universum. Ich bin gespannt, ob iOS 18 irgendwie plötzlich nochmal was mitbringt, was wir noch nicht kennen. Und es ist ja auch nicht ganz klar, was installieren sie dann wirklich vor. Diese Sports-App zum Beispiel ist ja jetzt das Beispiel, die musst du dir aus dem App-Store herunterladen. Wird die später Teil des Betriebssystems oder bleibt die immer so ein Einzelding, was man sich praktisch selbst holen muss? Die Tagebuch-App kam ja einfach mit Update, mit 17.2 oder was auch immer das für ein Update war, kam ja einfach diese App mit, was auch nicht immer so erfreulich ist, weil manchmal schummelt die sich ja dann irgendwie auf den Homescreen und verschiebt irgendwie alle die eigene Sortierung. Leute sind darüber immer sehr empört, zu Recht. Aber das ist auch interessant dann zu sehen, wie, welche Strategien, unterschiedliche Strategien sie da fahren. Was machst du wirklich? Was integrierst du? Was vertreibst du als Hersteller dann über deinen App-Store? Ist ja auch recht vertreibend. Wer entscheidet das, ne? Wer entscheidet das bei Apple? Also ich glaube, ein Punkt, der da mit reinspielt, ist sicherlich auch dann die Frage der Update-Barkeit. Dass sie zum Beispiel jetzt Clips seinerzeit nicht zur Default-App gemacht haben, zur Standard-App, war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass sie eben da ein paar Zwischenversionen dazwischen geschoben haben. Und sonst hätten sie so wirklich im jährlichen Modus nur große neue Features ergänzen können oder beziehungsweise mit den eher unberechenbaren Punkte-Releases dann eben jeweils nachjustieren können. Also das spielt sicherlich dann eine Rolle. Aber ich glaube, ja, teilweise ist es auch die Frage, was wollen wir den Leuten wirklich standardmäßig vorsetzen? Und was ist Opt-in sozusagen? Ja, spannend. Also eine App, in der die für uns natürlich von besonderem Belang ist und die, anders als die Aktien-App, hoch im Kurs steht, ist die Podcast-App. Denn da kann man den Mac & I-Podcast auch vorfinden. Richtig. Und kann ihn zum Beispiel auch bewerten. Positiv natürlich, hoffe ich. Also wenn das noch nicht geschehen ist, gerne tun. Ich glaube, wir können hier nach dieser kurzen vorösterlichen Ausgabe erst mal einen Punkt machen und wünschen allen, die sich das vor oder an Ostern anhören, ein schönes Osterfest. Allen, die Ostern gefeiert haben, ja, ach du dickes Ei, die haben keine gute Zeit gehabt, zwar abends rum. Und ansonsten hören wir uns zur gewohnten Zeit dann wieder. Bis dahin. Ciao Malte. Tschüss. Tschüss Leo. Tschüss Leo. Tschüss. Tschüss .